Endlich ist es wieder soweit, Egmont Manga im Interview. Ihr wollt transparente Einblicke in die Entscheidung des Verlags. Wie steht Egmont eigentlich zur Preiserhöhung? Wie ist die Einschätzung zum derzeit wachsenden Mangamarkt? Du willst den kompletten Einblick in den Alltag eines Manga-Redakteurs? Das und vieles mehr in diesem mega geilen Interview. Ich wünsche euch viel Spaß. Hey Leute und herzlich willkommen zur 26. Folge von The Manga. Heute habe ich wieder einen Verlag da und zwar der liebe Marco von Egmont. Der ist ja heute meine Gesellschaft. Hi Marco und danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, Marco, was du zu berichten hast. Wir haben uns das letzte Mal vor anderthalb Jahren gesehen. Ja, leider Corona-Messen und so, das hat nicht gepasst. An die Magic war ich leider nicht da, deshalb konnten wir uns da leider so nicht sehen. Und ja, jetzt das letzte Interview, wie gesagt, anderthalb Jahre her. Und da gibt es, glaube ich, einiges nachzuholen. Es hat sich ein bisschen was getan auf dem Mangamarkt. Ich bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ja, aber als erstes, wie immer, natürlich, lasse ich dich noch kurz austrinken und dann solltest du einmal was zu deiner Person sagen, damit auch die Leute wissen, wer du eigentlich bist. Ja, ich bin Marco, wie ihr gerade schon gehört habt. Ich arbeite bei Egmont Manga und dort arbeite ich als Redakteur. Also ich bin kein Programmleiter. Ich bin ein kleines Licht der Infanterie am Manga, an der Manga-Front. Und ja, ich bin Redakteur für Serien wie zum Beispiel Chainsaw Man, Kaguya Summer, Love is War, Detektiv Conan habe ich nach 95 Bänden oder so übernommen. Also das heißt, ich war da nicht von Anfang an dabei. Dann hätte ich, glaube ich, schon als kleiner Schüler Redakteur sein müssen. So lange läuft die Serie schon. Aber genau, das sind so meine Aufgaben. Ich kümmere mich quasi um Titel und potenziell auch zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen um neue Lizenzen, damit ihr was zum Lesen habt. Hat sich denn eigentlich sowas an, wo wir gerade so ein bisschen vom Mitarbeiter coachen, hat sich da so ein bisschen was jetzt getan, so die letzten anderthalb Jahre? Also habt ihr da einen neuen Zuwachs bekommen oder seid ihr jetzt immer noch das alte Team, wie es damals auch da war? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt durch Corona überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hatten wir, ich glaube, da hatten wir schon die neue Kollegin. Also wir haben die gute Luisa, ist eine Redakteurin bei uns, die jüngst ins Team gekommen ist. Zumindest ist sie die jüngste unserer Redakteurinnen. Und sie ist der jüngste Zuwachs bei uns, aber seitdem hat sich auch nichts mehr geändert. Und ich glaube, sie ist da seit Oktober 2020 oder so. Und ja, also insgesamt habe ich immer das Gefühl, es ist leider wenig Fluktuationen in diesem Markt. Also es ist ja, glaube ich, schon ein sehr beliebter Beruf, für den sich viele Leute interessieren würden. Aber ja, es gibt wenige deutsche Manga-Redakteursstellen, ganz klar. Ja, da reden wir auf jeden Fall gleich auch noch drüber. Da du ja auch direkt Redakteur selber bist, können wir da auch einfach über das Thema mal sprechen. Weil in jüngster Vergangenheit gab es natürlich auch immer mal Stellenausstreibungen, überall mal. Und man weiß nicht immer hundertprozentig, was macht ein Redakteur eigentlich. Und deshalb können wir da gerne nochmal drüber reden, was so dein Alltag selber ist. Dass ihr jetzt irgendwie mehr mit dem Hauptkonzern macht oder sowas mit Egmont. Die stellen ja wahrscheinlich von euch das Marketing, so wie es immer jetzt so war. Oder ist jetzt da vielleicht noch mehr Power rübergeschwappt zu euch? Ja, einerseits ja, andererseits nein. Also wir sind halt Teil von einem sehr großen Konzern. Ich weiß nicht, wie viele Leute über Egmont Bescheid wissen. Aber Egmont Manga ist ja eigentlich nur eine sehr, sehr kleine Abteilung in einem sehr, sehr großen Unternehmen, das aus Skandinavien kommt, eigentlich aus Dänemark, aber in ganz Skandinavien aktiv ist und auch in anderen europäischen Ländern. Gleichzeitig bedeutet sowas super krasse Marketing oder auch finanzielle Power, sofern denn das Management in Buxtehude befindet, dass das sinnvoll ist, was wir da tun möchten. Und natürlich befasst sich jetzt zum Beispiel das Management in Kopenhagen sehr selten mit unseren kleinen Manga-Themen. Das heißt, wir leiden auch oft ein bisschen darunter, dass es natürlich, ich sag mal, gewisse organisatorische Mühlen gibt, die sehr langsam mahlen. Und klar, also wir haben, wie gesagt, die Vorteile und die Nachteile eines großen Konzerns. Aber ich würde nicht sagen, dass sich da in jüngster Zeit massiv viel geändert hat. Also das ist bei Egmont eigentlich schon immer so gewesen. Okay, also dass man jetzt gesagt hätte, zum Beispiel die letzten Jahre, die sind, also verdammt, was ist so die letzten zwei Jahre passiert? Das ist ja halt eigentlich teilweise richtig krank, was da jetzt so im Manga-Bereich so an Umsätzen über den Tisch geht. Hätte ich jetzt gedacht, dass vielleicht da dann nochmal der Hauptkonzern vielleicht mal drauf guckt und denkt sich so, okay, da ist Potenzial drin und das steigt und das steigt und das steigt und dass man da nochmal andere Ressourcen oder sowas bekommt. Also jein, einerseits hat man natürlich gesehen, ganz klar, also natürlich werden auch in Kopenhagen die deutschen Zahlen gecheckt und dann gucken die Leute natürlich auch, ja, ist da irgendwie mehr Kohle zu machen? Woher kommt dieser Boost auf dem deutschen Manga-Markt? Woher kommen diese tollen, tollen schwarzen Zahlen? Und ganz klar, da versucht man natürlich mehr rauszuholen, aber es ist jetzt nicht so, dass man wegen einzelner guter Bilanzen, also das müsste wirklich ein erkennbarer, fortlaufender Trend sein. Das heißt, wegen einzelner guter Bilanzen wird jetzt nicht sofort alles über Bord geworfen und gesagt, nehmt aus unseren vollen Taschen, nehmt, was ihr wollt, macht einfach irgendwas Geiles. Wir sind leider nicht Crunchyroll und dass es kein Seitenlieb, das ist ein neiderfüllter Blick über die andere Spree-Seite. Das ist wirklich immer cool zu sehen, was teilweise da so auch bei anderen Unternehmen möglich ist, ab einer entsprechenden Größe. Aber bei uns ist es schon noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, ganz klar. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass der gut laufende Manga-Markt und auch der gut laufende Egmont-Manga-Markt spezifisch durchaus in den nächsten Jahren, vielleicht auch schon in den nächsten Monaten, noch ein bisschen mehr ermöglichen wird. Oder ich hoffe es zumindest. Ich habe ja auch die Media-Control-Daten, da kann man ja einiges so ein bisschen rauslesen. Ich gucke natürlich immer so ein bisschen auf die Marktanteile. Ihr guckt wahrscheinlich mehr auf den Umsatz. Euch sind die Marktanteile eigentlich so gar nicht, also das ist eigentlich teilweise vielleicht mal egal. Trotzdem kann man sich da so ein bisschen vielleicht teilweise drüber betteln, wenn man Lust hätte. Aber man hat so im letzten Jahr zum Beispiel gesehen, Tokio Pop, die waren ja so noch teilweise halt über euch. Laut Media-Control, da sind ja auch nicht immer die tatsächlichen Daten. Also wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört, da spielen nur bestimmte Daten halt rein. Das ist halt immer so eine Sache. Deshalb kann man das immer so als kleinen Richtwert sehen. Dennoch waren die auch noch da vor euch. Mittlerweile ist es so, dass ihr dann halt auch Egmont überholt habt. Ach, Egmont überholt habt. Tokio Pop, sorry. Überholt habt. Wir sind über uns selbst hinausgegangen. Korrekt, das funktioniert. Aber ja, bist du eigentlich mit dieser Entwicklung zufrieden aus Redaktionssicht? Also merkt man das bei euch im Team, dass man dann so sagt, okay, wir hatten jetzt einen heißen Titel. Der hat jetzt auch sehr viel Umsatz gebracht. Aber auch die anderen Titel, die sind echt gut gelaufen. Und bist du damit so zufrieden aus deiner Sicht? Also ich sag mal so, es ist immer Luft nach oben, gar keine Frage. Aber man muss insgesamt erst mal betrachten, woher man kommt, wohin man geht und in welchem Zeitraum das stattgefunden hat. Und ich finde, gerade wenn ich jetzt so an die früheren Zeiten von Egmont zurückdenke, nicht, dass wir nur Scheiße gebaut hätten oder schlechte Titel veröffentlicht. Gar keine Frage. Ich meine, solche Dinge wie Detektiv Conan und Sailor Moon, die haben den deutschen Mangamarkt mitgeprägt. Gar keine Frage. Aber insgesamt hat man natürlich schon gemerkt, dass die großen Player am Markt sind Kaze, jetzt Crunchyroll und Carlsen. Das sind einfach die, die haben die sehr bekannten Titel, die Titel, die sich meistens auf den ersten Plätzen verkaufen. Und es ist relativ schwierig, daran vorbeizukommen. Ist ja auch nicht immer notwendig, wie du schon gesagt hast. Klar, der Marktanteil kann natürlich auch noch mehr bedeuten, denn das Ganze ist ja kontextabhängig. Wenn du jetzt zum Beispiel sehen würdest, so alle anderen vergrößern oder zum Beispiel dein direkter quasi, wie sage ich, Kontrahent vergrößert seinen Marktanteil, würdest du dir auch denken, was haben die denn richtig gemacht, was ich falsch gemacht habe. Aber insgesamt ist der Marktanteil natürlich vielleicht eher sekundär und es geht um positive Umsätze, ganz klar. Ich freue mich aber trotzdem massiv, dass wir einfach unseren Marktanteil ausbauen konnten. Das bin ich ganz ehrlich. Also ich meine, bei aller Liebe und wie gesagt, es sind auch Kumpels im Chat. Also wenn Johannes von Altaverse hier ist zum Beispiel, Grüße und Liebe geht natürlich raus. Aber insgesamt ist es natürlich trotzdem immer noch ein Konkurrenzmarkt und man freut sich einfach, wenn man wächst, weil das bedeutet, man geht nicht unter. Und man muss einfach sagen, dass Eggman und Manga in den letzten Jahren, tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren im Vergleich zum Gesamtmarktwachstum sogar noch mehr gewachsen ist. Das heißt also, wir sind überdurchschnittlich gewachsen im Vergleich zum Markt selbst und im Vergleich zu manch anderen Playern und da freue ich mich natürlich mega drüber. Das ist ganz klar. Also ich meine, das ist keine Selbstverständlichkeit und es liegt auch, behaupte ich, nicht nur am Boom des Manga-Marktes selbst, sondern auch tatsächlich daran, dass unsere Redaktion einfach verdammt gute Arbeit geleistet hat in den letzten zwei, drei Jahren. Und ja, das kann man sich schon mal auf die Flagge schreiben, denke ich. Auf jeden Fall. Also da habt ihr auf jeden Fall was Gutes gemacht. Also da auch Hut von mir ab. Da, wo ich so ein bisschen meckern muss und wo ich einfach mal fragen muss, ob man da nicht vielleicht ein bisschen was anderes hätte machen müssen, aber das ist ja auch immer ressourcenabhängig, ist einfach, jetzt ist der Boom da. Jetzt müsste man eigentlich was machen und die Frage geht da in Richtung Marketing und sowas. Dass man nicht jetzt eigentlich diesen ganzen Boom mitnehmen müsste und müsste dann vielleicht Instagram jeden Tag bespielen, Twitter jeden Tag bespielen und so weiter. Dass man da viel mehr Marketing und Content einfach macht, um halt die ganzen Leute, vielleicht die gerade neu dazukommen, wo der Markt gerade so hart am Wachsen ist, dass man die einfach abholt. Und ich finde, da ist Eckpunt so teilweise manchmal den anderen hinterher. Ja, ich weiß, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, es ist wahrscheinlich personalabhängig, aber ich habe auch gesehen, dass ihr einen neuen Marketingmanager zum Beispiel sucht für übergreifend für mehrere Egmont-Themen. Heißt für zum Beispiel Comic-Collection, dann Manga und Bang, also einen, der alles macht. Und du, es ist ja einfach bei euch auch so, dass ihr ja selber als Redakteure dann auch die Account-Daten der einzelnen Social-Media-Dienste habt. Bist du da mit diesem Marketing jetzt zufrieden oder sagst du, da fehlt einfach selber aus deiner Sicht auch irgendwas? Naja, zufrieden ist ein starkes Wort auf jeden Fall. Ich würde sagen, zufrieden sein kann man nie, weil dann könnte man sich auch hinlegen, um 17 Uhr nach Hause gehen, den Stift fallen lassen und sagen, geil, Manga-Markt gerettet, ich bin raus. Aber ich würde sagen, und das klingt jetzt vielleicht auch für jemanden, der nicht quasi bei uns intern vor Ort mitarbeitet, klingt das vielleicht ein bisschen fadenscheinig oder nach einer Ausflucht. Aber ich glaube wirklich, dass wir alles im Rahmen unserer Team-Kapazitäten tun, was wir tun können. Und du hast es gerade schon angedeutet, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir ein, wie vorhin schon erwähnt, ein sehr, sehr kleines Team in einem sehr, sehr großen Haus sind. Das heißt, wir sind zum Beispiel nur vier Redakteure für alle Titel, die wir betreuen. Wir haben noch einen Kollegen im Vertrieb. Dann teilen wir uns die Herstellung mit vielen, vielen anderen Egmont-Abteilungen, die auch gar nicht in Deutschland sitzt. Und dann haben wir noch einen Programmeleiter und zwei Studentinnen und das war's. Und damit muss quasi alles bestritten werden, was Egmont Manga auf den deutschen Markt ballert. Und das ist leider, selbst wenn es nur die Titel wären, gefühlt dann schon eine sehr herausfordernde Aufgabe. Und jetzt musst du dir aber vorstellen, dass wir noch dazu Marketing machen müssen. Sowohl das Endkunden-Marketing, also Social Media, das heißt, du musst irgendwie die Leute auf diversen Twitter, Instagram und sonst was Kanälen bespaßen. Gleichzeitig gilt es aber natürlich auch Händler-Marketing zu machen oder irgendwo mal eine Anzeige zu schalten oder einfach zu überlegen, so hey, wir haben zwar hier eine richtig geile Marketing-Idee, die ist aber ein bisschen out of the way, die ist nicht ganz üblich. Mal schauen, ob wir das überhaupt approved kriegen vom Lizenzgeber. Also man unterschätzt auch oft, wie lange diese Approval-Prozesse mit den japanischen Lizenzgebern Zeit in Anspruch nehmen. Und dann muss man einfach sagen, so ey, mit einem so kleinen Team, wie wir das haben, ist, glaube ich, nicht mehr drin. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Manga, klar, der Manga-Boom ist da und wir posten auf jeden Fall mehrfach die Woche auf unseren Social-Media-Kanälen und versuchen auch natürlich im Handelsmarketing so viel zu reißen, wie es unser Budget und unsere personellen Kapazitäten hergeben. Aber mehr könnte man sicher machen, aber dafür bräuchte man auch mehr Budget und mehr Leute. Ja, das ist wirklich spannend, weil das ist ja von Verlag zu Verlag wirklich auch unterschiedlich. Da hat ja dann zum Beispiel, Karsen sitzen ja ganz viele im Influencer-Marketing und so, die haben ja drei Leute da irgendwie sitzen oder noch mehr, die dann halt nur das machen. Bei Ultraverse, die machen ja auch sehr viel digital und so weiter. Jetzt kommen wieder diese ganzen Ultra-Lives und so weiter, die ganzen Streams. Das ist ja wirklich unterschiedlich, wie wer irgendwie postet. Also das finde ich dann auch immer interessant und das sehen dann halt öfters mal auch die Leute nicht, wenn man dann sagt, okay, wir sind halt nur ein Team, was extrem klein ist. Und die anderen, die haben dann mal das Doppelte oder das Dreifache an Leute da sitzen. Das ist dann halt schon sehr interessant. Wie würde denn euer Verlag gerade so aussehen? Jeder Verlag hat irgendwie gerade so das Flaggschiff, was eigentlich so richtig carried. Eine Ultraverse hat, ein Solo-Leveling zum Beispiel. Carlsen hat sehr viel, aber so ein One-Piece zum Beispiel oder Naruto läuft trotzdem immer noch extrem stark. Bei euch ist es ja derzeit so Chainsaw Man, was ja sehr stark läuft. Da hast du jetzt gerade auch gesagt, Crunchyroll, das Marketing-Budget, das willst du eigentlich mal haben. Die machen ja, die sprayen dann irgendwie Denji an die Wand oder ich weiß nicht, ob sie auch einen Zug damit voll gemacht haben. Das haben sie auch gemacht. Ich glaube sogar, es gab sogar zwei Straßenbahnen mit Chainsaw Man-Aufdruck. Das ist krass. In Berlin zumindest, aber schon sehr geil auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber da sagen sie jetzt nicht so, das ist jetzt nur Anime-Thema. Da ist jetzt nicht so, dass Crunchyroll auf euch zukommt und sagt dann, hey, Egmont, wir machen da auch noch Werbung mit für euch eigentlich. Müsst ihr da noch irgendwas beisteuern oder ist das umsonst für laut? Nein, 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 das ist natürlich für laut, denn die bewerben ja die Anime-Lizenz und die Anime-Lizenz, die gehört ja auch Crunchyroll. Die Manga-Lizenz, wenn wir die irgendwo bewerben, das müssen wir natürlich bezahlen und da sagen wir auch nicht zu Crunchyroll, hey, gebt mal die fetten Crunchyroll-Dollar rüber, sondern das muss dann jeder für sich bezahlen. Und das ist natürlich auch sinnvoll so, aber manchmal gibt es eben solche glücklichen Synergien, ganz klar. Wie würde denn Egmont jetzt gerade aussehen, hättet ihr jetzt Chainsaw Man damals nicht geholt? Könntest du das einschätzen? Also ich glaube, es einschätzen zu können, es ist natürlich ein bisschen Rätselrat, ein bisschen Orakeln, weil, ja, weiß sagen kann von uns niemand, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es, und das klingt vielleicht ein bisschen abwegig oder arg optimistisch, aber ich glaube, dass es nicht großartig anders wäre, denn zwar läuft Chainsaw Man extrem gut, gar keine Frage, aber wir sehen, dass selbst trotz dieser massiven Verkäufe bei Chainsaw Man und auch anderen Titeln und jetzt nicht nur Egmont bezogen, sondern am Gesamtmarkt wenig Fluktuation im Marktgefälle selbst stattfindet. Also der Markt ist immer noch ähnlich aufgebaut, wie er vor einiger Zeit war. Klar, es gibt mal irgendwie, verschiebt sich Platz drei und Platz vier oder so und hier verschwindet mal eine Prozentzahl und da kommt mal eine dazu, aber insgesamt ist der Markt schon gefühlt relativ solide aufgebaut, gerade in den oberen Rängen und ich zähle jetzt das Treppchen einfach mal mit zu den oberen Rängen und ich habe einfach gesehen, dass unsere Titel, die wir insgesamt gerade so raushauen, unabhängig von Chainsaw Man, sehr gut laufen. Da ist viel Zeug dabei, was richtig geil ist, was sich richtig gut verkauft und was, glaube ich, einfach richtig gut bei den Fans da draußen ankommt und klar, man hat wie immer, hat man irgendwelche Titel, die man mal mitschleifen muss, weil sie sich einfach nicht so mega gut verkaufen, aber man will sie eben auch nicht abbrechen. Aber diese Titel sind erstens deutlich weniger geworden und im Umkehrschluss sind auch die Titel, die sich gut verkaufen, deutlich mehr geworden. Ich glaube einfach, unser aktuelles Team, das ja jetzt noch sehr jung in dieser Zusammensetzung ist, hat ein sehr gutes Händchen und es sind alle mit Leidenschaft dabei, das sind alles Privat-Manga-Leute, die sich irgendwie damit identifizieren können und ich glaube, das merkt man halt im Portfolio auch an. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also das ist auf jeden Fall sehr optimistisch, aber man merkt es ja auch teilweise, ich hatte mir das auch mal angeguckt, wie bei euch so ein bisschen die Charts aussehen, was dann da auch ganz gut läuft. Da sind ja eigentlich auch echt gute Titel dabei und wo man dann auch sagt, okay, ich bin auch mal gespannt in Zukunft, was jetzt so angekündigt wurde, wie die einzelnen Titel dann auch so laufen. Was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, natürlich, ihr macht ja dieses ganze Inuyasha-Thema, das habt ihr ja wieder ein bisschen aufgerollt, da gab es ja ein bisschen wieder Shitstorm und so weiter und so fort. Da will ich aber auch gar nicht drauf eingehen. Mehr will ich drauf eingehen in Sachen Papiermangel, weil es mir jetzt da zum Beispiel aufgefallen ist. Inuyasha wechselt teilweise manchmal das Papier, jetzt aber nur die allgemeine Frage in die Richtung, habt ihr noch mit Papiermangel gerade selber zu kämpfen oder ist das wieder so ein Thema, was eigentlich gar kein Thema mehr ist für euch? Ich glaube, damit hat sogar nicht nur Egmont zu kämpfen, sondern insgesamt der deutsche Buchmarkt, also nicht nur Manga, sondern der Buchmarkt insgesamt, denn Papier ist weiterhin eine Mangelware, gerade was spezielle Sorten angeht. Und das bedeutet nicht nur, dass spezielle Sorten vielleicht weniger oder sogar gar nicht mehr verfügbar sind, sondern das, wenn man irgendwie dann doch mal was davon in die Hände bekommt, dass das Zeug sündhaft teuer geworden ist. Das heißt, du musst gerade bei so einem Ding wie Inuyasha, wo du sagst, fuck, das lässt sich eh schon sehr, sehr schwer kalkulieren. Wie machen wir das bloß? Wir wollen es zwar machen, aber wie machen wir das, ohne Geld zu verbrennen? Da musst du dann einfach irgendwann Abstriche machen und sagen, ey, klar, also wir müssen jetzt einfach ein anderes Papier nehmen, was uns eben nicht einfach das letzte Geld aus den Hosentaschen zieht, weil wir uns das mit dem anderen Papier, das wir vorher verwendet haben, einfach nicht mehr leisten können. Und klar, dann musst du logischerweise als Verlag die sehr schwierige Entscheidung treffen. Warte ich bis, ja, weiß ich nicht, zum Tag X, an dem Papier wieder so günstig ist wie vorher? Wer weiß, ob dieser Tag X jemals kommen wird? Oder liefere ich jetzt nach, wo der Bedarf da ist, mit einem kleinen Abstrich, nämlich, dass es ein anderes Papier gibt. Und wir haben uns für Letzteres entschieden. Okay. Da wurde es ja jetzt auch gerade gesagt in Richtung Preis. Da ist ja jetzt auch immer so eine Sache. Crunchyroll hat ja ein sehr komisches Pricing sozusagen rausgegeben für die einzelnen Manga. Ultraverse hatte jetzt auch letzte Woche, glaube ich, einen Stream. Oder vorletzte Woche, wo sie ein bisschen über Preise gesprochen haben und wie sich das Ganze zusammensetzt und so. Sehr transparent. Bei euch weiß ich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht so hundertprozentig auf dem Laufenden, ob es schon eine Preiserhöhung gab. Aber wird es das bei euch so in Zukunft nochmal exakt geben, dass ihr dann sagt, okay, wir gehen jetzt da und da, müssen wir leider ein paar Titel anheben? Also, ich sage mal so, vielleicht ist es nicht aufgefallen und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich und transparent, aber an mancher Stelle ist es natürlich schon passiert. Also gerade bei Serien, ich nenne sie jetzt einfach mal die Mitgeschliffenen, da haben sich natürlich auch gewisse Preisänderungen ergeben, wie zum Beispiel, lass mich nicht lügen, ich glaube, Darwin's Game wurde irgendwann von 7 oder 7,50 Euro auf 8 Euro zum Beispiel angehoben, weil es eben sich sonst nicht mehr hätte kalkulieren lassen. Und das sind natürlich kleine Schritte und wir wissen natürlich auch, dass das für viele Leute völlig irrelevant ist. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es viele Leute da draußen gibt, die mit dem gut kalkulierten Taschengeld am Tresen stehen und sagen, ich kann mir genau die und die Manga leisten. Und die wollen wir natürlich im Idealfall nicht über den Tisch ziehen und eben auch einfach nicht zu viel verlangen, sodass die nicht mehr in der Lage sind, die Serien zu kaufen, die sie vielleicht schon seit 23 Bänden lesen oder so. Und das ist bei uns tatsächlich bisher ein ziemlicher Spagat. Also in der Regel funktioniert es ganz gut, aber ich sage mal so, ich würde Preiserhöhungen für die komplette Zukunft sicher nicht ausschließen. Also ich kann jetzt nichts Definitives sagen. Also es wird nicht ab März alles 2 Euro teurer sein, keine Sorge. Aber wir müssen natürlich schon auch damit rechnen, dass sich beispielsweise die Papierpreise weiter in einen sehr negativen Trend hin entwickeln und ja, dass man darauf als Verlag dann auch reagieren muss, um noch weiter schwarze Zahlen schreiben zu können. Ja, auf jeden Fall. Da jetzt so die Frage in dem Sinne, wo du es gerade schon gesagt hast, das hat ja Carlsen zum Beispiel unter anderem mal mit Billy Bad gemacht. Da kam dann irgendwann, haben sie gesagt, okay, wir können auch da, müssen wir den Preis erhöhen. Ich glaube von 8 sogar auf 12, dass da irgendwie nochmal Nachdruck kommt. Es gibt jetzt viele Reihen. Egmont ist teilweise manchmal dafür bekannt, dass viele Reihen manchmal nicht nachgedruckt werden. Jetzt ein frühes oder junges Beispiel zu nennen. Argin zum Beispiel ist ja jetzt mit 17 Bänden damals abgeschlossen gewesen. Jetzt wollen plötzlich alle die Reihe haben, komischerweise. Die ist eine sehr starke, das ist eine sehr starke Actionreihe. Also ich habe sie selber ja gelesen, eine der stärksten, die ich jemals gelesen habe aus diesem Actionbereich. Da fragen sich halt auch immer die Leute, kommt sowas nochmal nach oder wird das irgendwann verworfen? Oder kann man nicht sagen, okay, wir bringen jetzt Argin, die Folgebende für 11 Euro raus und dann, dass sie die wenigstens noch nachkaufen können? Wie ist das da so bei euch? Das ist wahrscheinlich schwierig, immer zu sagen, oder? Also es ist wirklich leider sehr individuell bedingt, was die einzelnen Serien angeht. Man muss dazu sagen, Argin zum Beispiel ist jetzt auch wieder eine längere Reihe, bei denen es extra kompliziert wird, weil du dann sofort 17 Bände verfügbar halten musst und nicht vier oder fünf, keine Ahnung. Und bei solchen Reihen ist es dann natürlich extra schwierig, weil es einfach einen immens höheren finanziellen Aufwand bedeutet. Ich meine, wir haben es auch an Inuyasha gesehen, da war ja auch eine nicht zu leugnende Preiserhöhung im Spiel. Also ich habe leider gar nicht auf dem Schirm, wie viel die mittlerweile kosten. Ich glaube, das war von 12 auf 16 oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Und also das ist schon natürlich auch eine ernstzunehmende Preiserhöhung, aber anders hätten wir es nicht kalkulieren können, ohne Geld zu verlieren. Ich weiß, das klingt für viele da draußen völlig abwegig, weil die sich denken, hey, ihr habt es doch schon mal so produziert. Aber es ändern sich natürlich die gewissen Marktgegenheiten, die Produktionsbedingungen. Und ja, nicht nur im Supermarkt wird alles teurer, leider auch in den Druckereien wird alles teurer. Und das spüren wir natürlich auch. Und das macht uns natürlich das Nachdrucken manchmal besonders schwierig. Ich sage mal, die Preiserhöhung ist oft das letzte Mittel. Man will eigentlich ungerne einen Band, der mal 7 oder 7,50 Euro gekostet hat, auf 11, 12 Euro erhöhen. Dann vergraulst du wahrscheinlich die meisten Fans und es bleiben noch ein paar Hardcore-Leser und Leserinnen übrig, die dann aber nicht mehr genug kaufen, um die Auflagengröße überhaupt zu rechtfertigen. Und dann hast du wieder Geld verbrannt mit dem Nachdruck. Das heißt, es ist auch hier wieder ein sehr schwieriger Spagat zwischen diesen Dingen. Wie groß soll die Auflage sein? Wie hoch ist der Preis? Welche Materialien verwenden wir, um so nah wie möglich am Originalprodukt dran zu sein? Und ich glaube, bei zu vielen Serien ist es halt einfach so, dass die jetzt erst durch den Manga-Boom richtig, richtig gefragt sind. Also Arjun war eine Serie, die definitiv am Anfang gut lief. Aber am Ende, ich meine 17 Bände und so, ist klar, es gibt immer diesen Treppchen-Effekt. Es kaufen Leute weniger, weniger, weniger mit jedem Band. Aber ja, bei Arjun hat man den halt sehr gespürt. Und dann denkt man sich so, naja, okay, gut, bringen wir die Serie zu Ende. Und das war es dann auch. Und jetzt plötzlich, wo irgendwie ganz viele neue Leserinnen und Leser auf das Medium-Manga stoßen, sind die alle so, ah, aber wo ist denn Arjun? Und du denkst dir, oh nein, wo sollen wir das alles hernehmen? Und um das abzuschließen, also ich weiß, es ist immer super schwierig, wenn man unsere Nachdruck-Posts jeden Monat sieht und sieht, scheiße, die haben wieder nicht meine Lieblings-Serie nachgedruckt, wo mir einfach nur noch Band 17 fehlt. What the fuck, Egmont? So, aber denkt mal so, dass wir ja jede, jeden Monat diese Liste, also wir kalkulieren diese Liste und wir produzieren so viel, wie wir kalkulieren können. Das heißt, wir ballern jeden Monat so viele Nachdrucke raus, wie wir können. Und zwar zu Serien, die nach unseren Berechnungen am gefragtesten sind. Wir denken uns das ja nicht aus und spielen so ein bisschen Roulette und wählen dann die Serien aus, die wir nachdrucken, sondern das ist ja alles vertrieblich kalkuliert. Und das machen wir jeden Monat. Und wenn ihr Glück habt, dann trifft es auch, trifft unser verrücktes Bingo-Roulette bei Egmont, unser Nachdruck-Roulette, natürlich auch irgendwann eure Serie. Aber ihr müsst euch auf jeden Fall gedulden, weil das, was ihr da auf diesen Nachdruck-Posts seht, das ist das, was Egmont im Monat bewerkstelligen kann. Ja. Ist auf jeden Fall mega transparent. Also da werden wahrscheinlich auch nicht viele diese Infos dann in dem Sinne haben. Jetzt kommt natürlich diese, ich hasse diese Frage ohne Ende. Ich hasse sie. Also wer in der Bubble ist, weiß die Antwort eigentlich schon, aber sie wird auch jedes Mal in jedem Interview gestellt. Und ich werde sie in diesem Interview auch... Oh ja, ich weiß, wohin das geht. Ja, es tut mir leid, dass ich es machen muss, aber für die alle, für 40 Prozent, die es immer noch nicht wissen, was ist bitte mit Vagabond? Wann kommt der Nachdruck zu Vagabond? Ja, tatsächlich, du siehst es nicht. Ihr habt den Eindruck, ich säße auf einem Stuhl, aber ich sitze tatsächlich auf den Vagabond nachdrucken. Nein, Quatsch, Leute. Das Ding ist, Vagabond ist einfach... Johannes, ich sehe ihn schon schreiben, den Johannes. Ja, ja, Vagabond. Nein, das Ding ist einfach... Ich glaube, viele wissen einerseits nicht, dass es sich um eine abgebrochene Reihe handelt. Also was heißt abgebrochen? Sie ist offiziell pausiert, aber schon seit vielen Jahren bei Band 37. Und auch wenn sich Vagabond durchaus gut verkauft hat zu Beginn, ist es natürlich nicht so, dass bis zum 37. Band dieses Ding eine eierlegende Wollmilchsau unter den Mangas war. Also es ist nicht so, als hätten wir damit den dicksten Reibach unseres Egmont-Lebens gemacht. Das heißt, das Ding jetzt nachzudrucken, wäre einerseits schon deswegen risikoreich, weil es nicht abgeschlossen ist und viele Leute einfach sagen, ey, was soll ich mit einer Reihe, die nicht abgeschlossen ist? Was brauche ich das? Und zweitens, es sind 37 Bände, die man sich ans Bein binden würde und die wahrscheinlich zu einem absoluten Liebhaber-Ding werden würden. Also das heißt, du hast keinen Mainstream-Appeal, sondern das holen sich die Leute, die auf coole, sehr realitätsnah gezeichnete Samurai-Geschichten stehen, aber das war's dann auch. Und ich will damit echt nicht sagen, ach so, übrigens, viele wissen auch gar nicht, dass wir die Vagabond-Lizenz gar nicht mehr haben. Das heißt, du könntest die natürlich nochmal neu akquirieren, aber das heißt, mittlerweile hätte auch jeder andere Verlag die Chance gehabt, Vagabond zu drucken, was ebenfalls nicht passiert ist. Also ich glaube, des Risikos sind sich alle bewusst und es gibt noch viel mehr Inno-Serien, die man währenddessen auch rausbringen könnte, die abgeschlossen sind und ebenfalls sehr gut. Und ich glaube, bis Vagabond einen Nachdruck in Deutschland erfahren wird, werden wir noch eine Zeit lang warten. Ich weiß nicht, ob das bei Egmont oder sonst wie ihm passiert, aber ich glaube, ihr solltet nicht in den nächsten paar Jahren damit rechnen, zumindest nicht von unserer Seite aus. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also, keine Ahnung, die Frage, die ist eigentlich auch schon öfters beantwortet worden, deshalb, also hier habt ihr auf jeden Fall nochmal die Antwort dann nochmal von Marco in aktueller Form. Ich bin da gespannt oder man munkelt so ein bisschen, oder man ist gespannt in Richtung Panini, die haben ja jetzt gesagt, die stocken ihr ganzes Ding auf, plötzlich haben sie Lone Wolf in Cup nochmal neu rausgebracht und jetzt sind alle Leute schon wieder dabei und meinen, okay, jetzt kann es sein, Italien hat irgendwie Slam Dunk und so weiter, deshalb, ob da Panini nochmal vielleicht plötzlich dran geht. Aber es ist auf jeden Fall so ein spannendes Ding und man kann es auch einfach verstehen. Also, ich würde es selber als Verlag jetzt auch selber nicht bringen, ich kenne ja diese kalkulatorischen Themen nicht. Deshalb, also, ich weiß es auch für Sachen Kingdom und was weiß ich, was das alles totaler Bullshit ist. Hajime no Ippo am besten. Ja, am besten noch, ja, ja. Genau. Ja, ich bin ja selber wahnsinnig großer Samurai-Fan und ich habe Vagabond als Schüler geliebt, ich habe das verschlungen. Aber ich muss es halt auch ein bisschen als Redakteur bei Eggman Manga beurteilen. Ich kann es nicht nur aus meiner subjektiven Liebhaber-Perspektive heraus abfeiern und sagen, ja geil, machen wir auf jeden Fall und dann steht das Management irgendwie auf der Matte und sagt, ja, Digi, warum hast du 100.000 Euro verbrannt? Was soll das denn? Ja, ja, ist einfach so. Was du noch wahrscheinlich ganz gut beurteilen kannst, ist dein redaktioneller Alltag, Marco. Das ist jetzt so ein spannendes Thema. Man weiß einfach teilweise oder vielleicht manche Leute wissen nicht da draußen, was man als Redakteur selber so macht. Wie sieht so ein bisschen so dein Alltag aus? Kannst du mal so ein bisschen bei Schnauze so ein bisschen berichten, was du eigentlich so machst? Also ich würde denken, dass die meisten Leute sich unter dem Redakteursleben vorstellen, dass man primär Manga liest. Also man liest den ganzen Tag irgendwelche Comics und wird dann dafür bezahlt und das ist mega geil. Es ist teilweise so, aber nicht nur, leider. Klar ist das Lektorieren des Manga, also man checkt quasi die Texte eines jeden Manga, den man betreut, ist das Lektorieren nicht ein unelektives, elementarer Bestandteil dessen, was ich tue, aber es gibt leider echt noch sehr, sehr viel anderes, was dazu kommt. Aber ich fange mal kurz mit dem Ablauf eines deutschen Manga an. Im Prinzip setzt man sich hin mit seinen Kollegen und Kolleginnen, guckt sich diverse japanische Lizenzen an und irgendwann wird sich für eine japanische Lizenz entschieden, die wird dann angeboten und dann hat man das Ding irgendwann als Verlag, wenn es gut läuft, an der Backe, hat die Lizenz akquiriert und dann wird die dir als Redakteur potenziell zugeteilt, wenn du Glück hast und Bock auf diese Lizenz. Und sagen wir einfach mal zum Beispiel Chainsaw Man. Das heißt, ich habe dann Chainsaw Man als Redakteur zugewiesen bekommen, weil ich den Titel damals irgendwie bei Egmont vorgestellt hatte und meinte, hey Leute, da gibt es dieses neue Ding und ich weiß, ich weiß, das klingt ein bisschen doof, aber der Typ ist eine Kettensäge und das ist mega sick. Bitte Leute, wir müssen das einfach machen. Hier, lest alle mal rein. Und genau, und irgendwann hatte ich das dann als Redakteur auf meinem Tisch liegen und dann kriegst du einfach einen japanischen Band dahin gelegt und dann heißt es, ja mach da jetzt mal was Deutsches draus. Und dann bist du quasi als Redakteur der organisatorische Flaschenhals für all das, was damit zu tun hat. Also ich muss dann beispielsweise jemanden suchen, der diesen Manga übersetzt. Ich muss jemanden suchen, der das Cover designt und ich muss jemanden suchen, der zum Beispiel die Übersetzung lektoriert und korrigiert, also beispielsweise auf Interpunktionsfehler achtet und so weiter. Das heißt, ich habe erst mal ganz viel Mailverkehr mit diversen Leuten und schreibe hin und er, ja, da gibt es diesen Manga über so einen Kettensägentypen, hast du den zu für die Lust, den zu übersetzen? Und dann sagt die Person, ja, nein, wie auch immer, man macht Termine aus, man vereinbart ganz viele Deadlines und so weiter. Das heißt, es ist hier schon mal ein immenser kommunikativer Aufwand erst mal. Und dann gibt man dieses Ding in die Übersetzung und ins Lettering, äh Quatsch, ins Lektorat und dann ins Lettering, das heißt da, wo die Buchstaben reingesetzt werden und irgendwann kriegst du als Redakteur, nachdem du monatelang gefühlt nur Mails geschrieben hast, kriegst du erst mal ein PDF auf deinen Desktop. Und das ist dann quasi der erste Draft des Manga und den liest du dann als Redakteur. Und das, behaupte ich immer gerne, ist so für mich persönlich zumindest der primäre Anteil meiner Arbeit. Das ist das, was für mich das Redakteursein ausmacht, weil hier habe ich jetzt unabhängig von der Kommunikation vorher, hier kann ich meine persönliche Note in den Manga einbringen. Also wenn der Manga perfekt ist, da kommt es mir nicht auf meine persönliche Note an natürlich, aber in der Regel gibt es immer noch sehr viel zu tun an dem Manga an diesem Punkt, das heißt, es sind immer noch Fehler drin in Sachen Orthographie und Interpunktion. Es sind teilweise und kein Beef mit Übersetzern natürlich, aber es sind manchmal auch Sachen falsch übersetzt oder falsch verstanden worden. Und dann guckst du vielleicht nochmal ins japanische Original, weil du denkst, der Satz klingt aber komisch, dann guckst du ins Original und stellst fest, ah, das steht da auch ein bisschen anders, ich schreibe es mal so und so um. Das heißt, du arbeitest noch sehr lange an diesem PDF, an diesem Draft des Manga. Das ist schon ein elementarer Bestandteil meiner Arbeit und das mache ich mit circa vier bis, ich würde sagen, sechs Titeln im Monat im Durchschnitt. Und das dauert natürlich schon seine gewisse Zeit, gerade wenn du das organisatorische noch mit einberechnest, dann kommt dazu, dass wir in der Woche mindestens zwei Sitzungen haben als Redaktion, in denen wir uns über, ich sage mal, die aktuellen Geschehnisse, Zahlen, Lizenzen und so weiter austauschen. Dann natürlich auch bei uns jetzt im Falle von Egmont das Marketing, das bleibt ja an uns leider hängen, das ist vielleicht ein bisschen Spezialfall, aber ja, mein Überstunden-Counter treibt das trotzdem hoch, dass wir eben teilweise an irgendwas sitzen, was andere Verlage gar nicht, gar nicht machen müssen, nämlich zum Beispiel Social-Media-Posts. Also wenn ihr einen Post zu Chainsaw Man lest, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so klein, dass ich den geschrieben habe, weil es halt einfach der Titel ist, den ich betreue. Und wir haben klar, irgendwo in Egmont sitzen auch Marketingleute und Abteilungen, aber was bringt mir das, wenn die einen Post über Chainsaw Man schreiben, die haben ja auch gerade noch einen Post für das Lustige Taschenbuch oder Asterix oder Lucky Luke geschrieben, die kennen sich ja gar nicht mit meinem fucking Chainsaw Man aus, ich will doch, dass der irgendwie gut repräsentiert wird, also klemme ich mich dahinter und schreibe dann natürlich irgendwie beispielsweise, ey, check mal hier Chainsaw Man aus und das dauert natürlich auch seine Zeit, da Social-Media-Posts zum Beispiel vorzubereiten. Dann ist für uns auch noch relativ wichtig, generell von zeitlichem Aufwand hier einfach die Lizenzakquise, nenne ich es jetzt mal. Also das heißt, dass du dich wirklich konkret hinsetzt, den japanischen Markt durchforstest, dir beispielsweise auf Amazon Japan irgendwelche Bände bestellst, mal gucken, was auf Manga Plus geht, solche Sachen. Irgendjemand war in Japan im Urlaub oder hat auf Twitter von einem geilen Manga gehört, dann checkt man den mal aus. Also all diese Dinge, dass man irgendwie so die Augen an allen Ecken und Enden offen behalten muss, um neue Lizenzen quasi zu scouten und das verschlingt tatsächlich relativ viel Zeit, muss man sagen. Dann natürlich auch so kleine Zusatzarbeiten, die immer mal wieder dazukommen, also zum Beispiel steht jetzt ja bei uns seit, ich glaube, seit letztem, oh Gott, ich habe wirklich kein Zeitgefühl mehr, seit letztem Jahr nicht nur der Comic Day, sondern auch der Manga Day an und ich glaube, aber der Comic Day, der Gratis-Comic-Tag findet ja dieses Jahr nicht statt. Also es hat sich so ein bisschen abgewechselt. Weißt du, solche Sachen werden dann von unserem Team vorbereitet, dann zum Beispiel, ach, Coverproofs müssen gecheckt werden, also da kommen aus der Druckerei, kommen dann, nachdem du ein paar Wochen gefühlt immer mit den Designern des Covers diskutiert hast, ja, mach mal Logo ein bisschen weniger 90er-Sitcom, ne, weniger Pink, ne, ne, mehr Pink, ja, mach mal so Mittel-Pink und dann, weißt du, also solche Sachen, dann hast du immer ewig rumdiskutiert, dann schickst du, schickst du diese, diesen Cover-Entwurf, dieses Cover-Layout, schickst du dann natürlich erstmal an den japanischen Lizenzgeber und der sagt dann, ja, finde ich geil, finde ich nicht so geil, ändert mal Folgendes und wenn du das erfolgreich hinter dich gebracht hast, geht das Ding an die Druckerei und von der Druckerei kommt dann ein Andruck zurück, das heißt, so wie das Cover aussehen soll. Solche Dinge musst du dann immer vergleichen mit den japanischen Originalen, da stehst du dann immer unter irgendwelchen Tageslichtlampen und guckst ganz genau hin, ja, ist dann jetzt, sag mal, hier oben auf den Brüsten von dieser Edgy-Frau, ist da wirklich, ist das dieser leichte rosa Schimmer, ist der wie beim Original und stehst du da mit einer Lupe vor irgendwelchen Anime-Manga-Brüsten und irgendwie Kollegen, die weiß ich nicht, sich mit der Wendy beschäftigen, gehen kopfschüttelnd an dir vorbei und sagen, boah, was sind das nur für Menschen, die hier bei uns arbeiten. Also ja, du merkst, es ist eine wahnsinnig absurde Zusammensetzung aus kleinteiligen Arbeiten, die so dieses große Lektorieren und das Arbeiten an einzelnen Titeln umgeben, sag ich mal. Ist es denn zwangsweise notwendig, dass ihr japanisch sprechen müsst oder tatsächlich nicht? Also es gibt bei uns durchaus Redakteurinnen, die nicht japanisch sprechen. Also in meinem Fall ist es jetzt anders, weil ich länger da gelebt habe, aber ich bin auch beim besten Willen nicht perfekt in Japanisch. Also für ein Manga-Lesen reicht es und auch für so, Moment mal, was steht denn da im japanischen Original, reicht es in der Regel auch und deswegen ist das eine große Hilfe, aber es ist keine unbedingte Voraussetzung, weil rein theoretisch bestünde immer noch die Möglichkeit, dass du ja auch mit dem Übersetzer oder der Übersetzerin zusammenarbeitest und sagst so, ey, warte mal, ich habe da irgendwas entdeckt, was für mich komisch klingt, kannst du dir bitte irgendwie die Sprechblase 2 auf Seite 170 nochmal angucken? Die kam mir ein bisschen komisch vor. Ja. Dann kann es zum Beispiel sein, dass die Kollegen, die jetzt kein Japanisch können, nicht direkt mit dem Lizenzgeber dann irgendwie in den Austausch gehen, das geht dann immer über eine Person zentral oder machen das dann auch die Redakteure, die dann halt wirklich Japanisch können machen und das auch selber direkt. Ich glaube, das liegt generell daran, dass bei den Lizenzgebern meistens Leute sitzen, die für mehr als nur einen Markt verantwortlich sind. Das heißt, die Gespräche finden in der Regel, also diese Mails finden auf Englisch statt. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel jemand sitzt, der hier für Licensing Europe zuständig ist, das heißt, der muss ja auch theoretisch mit Italien und vielleicht, weiß ich nicht, Spanien oder wo sonst noch Manga verlegt werden natürlich Frankreich und Co kommunizieren und deswegen ist es dann oft so, dass diese Leute wahrscheinlich, also dass es mehr Sinn macht, einer Person sehr gut Englisch beizubringen als irgendwie acht Leuten sehr gut Japanisch. I don't know, wie sich das etabliert hat, aber Tatsache ist auf jeden Fall, diese Lizenzgebergespräche oder diese Approval Mails werden in der Regel auf Englisch verfasst, damit wahrscheinlich auch möglichst viele Leute aus den einzelnen Verlagen mit an der Kommunikation teilhaben können. Ja, sind das denn bei euch dann alles Quereinsteiger oder haben die das irgendwie gelernt oder haben vielleicht irgendwie was in Japanisch in die Richtung studiert oder dergleichen, also wie rutscht man denn da so rein? Also in meinem persönlichen Fall war es tatsächlich so, dass ich Japanologie studiert habe und als ich dann in Japan noch studiert habe anschließend, hat mich irgendwann eine Freundin einfach angeschrieben und meinte so, hey, die suchen eine redaktionelle Assistenz in der Manga-Abteilung, wäre das nicht was für dich? Du liest doch gerne Manga und du bist so ein Japan-Dude, mach das doch. Und das habe ich auch getan, ich habe mich beworben und es hat geklappt und so bin ich da quasi, so hatte ich meinen ersten Fuß in der Tür und war, sage ich mal, im weitesten Sinne Vitamin B plus ein japanologischer Background oder so. Bei uns ist es allerdings so, dass sonst auch relativ viele Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen unterwegs sind. Was, glaube ich, daran liegt, dass, naja, Redakteur im Manga-Bereich, generell Redakteur, ist kein Ausbildungsberuf per se, sondern es ist halt, ja, im Prinzip ein Beruf für Quereinsteiger, könnte man sagen. Und ja, bei uns gibt es wirklich die verschiedensten Leute mit den verschiedensten, ja, studientechnischen Hintergründen. Ich glaube, am wichtigsten für die Arbeit in der Redaktion ist ein sprachliches Feingefühl, nenne ich es einfach mal, und ein gewisses organisatorisches Talent. Also, wenn du diese beiden Dinge mitbringst, dann ist, glaube ich, schon mal allen geholfen. Ja, extrem spannend. Also, da hätte man auf jeden Fall irgendwann auch mal so einen Blog-Post eigentlich drüber machen müssen, sodass die Leute auch mal wissen, also ich, für mich ist jetzt auch teilweise mal was Neues, was man so mitbekommt. Eventuell ist das auch von Verlag zu Verlag, vielleicht teilweise, du hast ja auch gesagt, jetzt mit dem Social-Media-Bereich ist es auch ein bisschen unterschiedlich, vielleicht haben die dann auch noch mal eine Lizenz mehr, oder vielleicht gibt es da noch irgendwas anderes, was die vielleicht mit organisieren. Das ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema, wo natürlich auch jetzt einzelne Verlage dann auch immer mal, du hast gesagt, okay, es ist sehr, sehr knapp bemessen, dass man mal einen Redakteur ausschreibt, aber es gibt ja immer noch welche, die zum Beispiel offene Stellen haben, und falls ihr da draußen vielleicht Interesse habt, so was Ähnliches wie Marco dann zu machen, dann seid ihr auf jeden Fall da auf dem richtigen Weg, so, dann habt ihr so einen kleinen Einblick oder shared das mal mit Freunden, wenn die da Bock drauf haben. weil es ist so, 2023, da weiß man es noch nicht, aber es soll anscheinend mehr Verlage dazukommen, unter anderem gibt es ja jetzt Lyx, die haben ja Lore Olympus zum Beispiel jetzt rausgebracht, dann Löwe hat jetzt auf LinkedIn eine Ausschreibung gemacht, ich glaube vor zwei Monaten, dass sie wen für den Manga-Bereich selber suchen, DTV kam jetzt plötzlich mit einem, ich sag jetzt einfach mal Arschgesichten-Manga, aber mit mit einem Kinderbuch, wo sozusagen, ja, der, ist ja auch egal, auf jeden Fall, dass, ich weiß nicht, wie es da weiter ausartet, ob da DTV noch vielleicht tiefer in den Markt reingehen wird, aber da kommen noch einige dazu, unter anderem gab es jetzt auch Papertunes mit Lea und Micha, die kamen jetzt dazu, dass die jetzt auch noch Webtoons direkt machen, aber auch andere, ja, Verlage, die jetzt auch Light Novels bringen und so. Wie ist denn da deine Einschätzung, findest du das gut, dass das jetzt so passiert, oder siehst du das eher kritisch aus dem Sicht, weil die Ressourcen liegen ja gerade bei euch, rein theoretisch wäre es jetzt sinnvoll, dass sie dich abwerben und sagen, hey Marco, wir geben dir 100.000 Euro, kannst du nicht den Programmleiter bei Löwe machen, so, aber du hast da jetzt keinen Bock drauf, weil du hast Bock auf Egmont und jetzt kriegen die da irgendeine 0815, der gar keine Ahnung hat, also wie siehst du das gerade so aus deiner Sicht? Also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass, wie sage ich, ich sage mal, das Kontingent an qualifizierten Leuten scheint begrenzt. So, da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, aber das ist wahrscheinlich bei vielen Berufen so. Gleichzeitig wächst der Markt ja fast exponentiell, muss man sagen. Also du hast es gerade ja schon aufgezählt, was hier alles dazugekommen ist und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die Leute jetzt bei anderen Verlagen gesehen haben, Alter, im Börsenblatt und sonst wo steht überall der Mangamarkt boomt wie sonst was. Wir wollen ein Stück vom Kuchen abhaben und schon werden die eigenen Manga-Abteilungen aus dem Boden gestampft, oft eher schlecht als recht, aber das ist ja dann vielleicht auch, ja, sage ich mal, was, was noch in den Kinderschuhen steckt und hinten raus ausgebessert werden kann. Und ich denke, das Problem ist, dass bei vielen, vielen Verlagen, die jetzt gerade damit anfangen, dass die das Medium noch nicht richtig einschätzen können. Es ist halt eben doch nicht nur ein einfacher Comic, da kommen einfach gewisse kulturelle Faktoren hinzu, die es so beispielsweise im westlichen Comic nicht gibt. Angefangen bei sowas Banalem wie der Leserichtung, ja, wie das damals alle abgefuckt hat, dass Manga von hinten gelesen werden sollten. Heute ist es Alleinstellungsmerkmal, auf das man Wert legt. So. Früher wurde, ich meine, die erste Ausgabe von Ranma war gespiegelt, da waren die Uhren im Hintergrund, waren falsch rum und so ein Blödsinn oder irgendwelche Schilder. Und heute, ja, will man quasi gar keine Manga mehr lesen. Irgendwie so, oh, ja, Manga von einem deutschen Zeichner, der deutsch gelesen, nee, sorry. Ich will das Originalding, ich will das, was von hinten gelesen wird, nur das ist echter Manga. Weißt du, sowas gibt es ja mittlerweile. Und ich glaube, bei sehr vielen Verlagen, die jetzt so in Windeseile diese Manga-Abteilungen oder zumindest einzelne Manga-Titel aus dem Boden stampfen, die werden dazu führen, dass sich die erst mal, glaube ich, ein bisschen in die Nesseln setzen, teilweise. Ich glaube, da werden noch viele Manga-Verlage böse erwachen, also kleinere Manga-Verlage, was denn da alles für ein riesiger Rattenschwanz dranhängt. Sei es allein schon in der Lizenzgeberkommunikation und auch wie lange, wenn ich überlege, wie lange und wie schwierig, also wie lange es dauert und wie schwierig es ist, zum Beispiel Lizenzgeberkontakte und sich auch einen gewissen Ruf bei Lizenzgebern aufzubauen. Da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass es gerade jüngere Verlage sehr, sehr schwer haben werden, wirklich gute und vielleicht auch, ich sage es mal so dreist, lesenswerte Lizenzen an Land zu ziehen. Das ist jetzt von mir nur orakelt so. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ich glaube aber, so basierend auf meiner persönlichen Erfahrung, dass das relativ schwierig werden dürfte und das Gleiche gilt natürlich auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da sind vielleicht Leute, die können wunderbar Bücher lektorieren, also tatsächliche Romane, wirkliche Literatur, ich nenne sie jetzt wirkliche Literatur, aber die keinerlei Erfahrung mit Manga haben und die dann beispielsweise auch nicht beurteilen können, ist das eine gute Übersetzung, spricht dieser Charakter hier, spricht der Kanzler-Dialekt, was muss ich denn damit im Deutschen machen? Also weißt du, so all diese kleinen Feinheiten des Mediums einfach oder auch der Sprache des Landes, das wird glaube ich, das wird richtig schwierig werden und deswegen sind da glaube ich auch Leute, die, sage ich mal generell schon bei den anderen Verlagen durchgefallen sind, in Anführungszeichen, oder die es halt nicht geschafft haben, Manga-Redakteur zu werden, wenn sie sich dann mal auf eine Stelle beworben haben. Weiß ich nicht, ob die die ideale Besetzung sind dafür. Das ist auf jeden Fall auch ein mega spannendes Thema, also ich sehe das halt ähnlich wie du, also da gibt es immer so zwei Optionen, einmal, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, man merkt es ja auch bei den einzelnen Verlagen, die Leute, die schon seit länger auf dem Markt sind, die sind auch in gewissen Positionen, Jonas Blaumann, der ist zum Beispiel da, wo er ist, Joachim Kaps ist da, wo er ist, Kai Steffen-Schwarz ist plötzlich da, wo er ist, die haben ja alle so einen Background, der ist ja schon von Ewigkeiten, deshalb hätte ich jetzt auch gesagt, plötzlich dieses Wechselkarussell ist da recht groß, dass man dann halt sagt, okay, man weiß ja nicht, wie dein LinkedIn oder dein Xing aussieht, aber dass man dann halt sagt, okay, es werden dann halt wirklich Redakteure abgefragt von einzelnen Verlagen und dass die dann halt zu Löwe oder sowas kommen. Deshalb hätte ich schon erwartet, dass einer mal sagt, okay, ich bin jetzt plötzlich weg und dann sieht man den woanders. Gut, aber das gibt es ja auch immer wieder eigentlich schon im Manga-Bereich, jetzt noch weniger im Moment mit diesen sehr kleinen Verlagen oder mit größeren Verlagen, die sich eine Manga-Sparte aufbauen möchten, aber insgesamt muss man ja schon sagen, dass in dieser Branche das Wechselkarussell sich sehr schnell dreht, deswegen ist glaube ich auch der Einstieg von außen, wenn man wirklich noch keinen Fuß in der Tür hat, so schwierig, weil zum Beispiel jetzt unser aktueller Programmleiter Michael, der kommt halt eigentlich von Carlsen, der war vorher Redakteur bei Carlsen und wurde dann von Egmont, also von Jonas abgeworben, um zu Egmont zu kommen und Jonas hat wiederum jetzt quasi wieder bei Carlsen Hayabusa angefangen, das heißt, die haben eigentlich nur so Trading Places mäßig kurz mal die Stellen getauscht und also es war komplett absurd eigentlich, aber ich finde es ganz lustig zu sehen, dass da auch unter den Verlagen, vor allem unter den etablierten Verlagen, ja quasi einfach dieses Kartussell so stattfindet, weil das ist ja, also ich weiß nicht, in wie vielen anderen Branchen das noch so ist, aber das erscheint mir schon sehr kurios, dass wirklich jeder schon mal fast bei jedem Verlag gearbeitet hat, zumindest ab einer gewissen Altersstufe. Ich meine, ich war jetzt bisher nur bei Egmont und so, aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Ja deshalb, das ist halt spannend, also da, ich kenne es ja aus, ich bin ja in IT unterwegs, da ist halt immer auch so eine Sache, jetzt ist das Ganze bei euch natürlich ein bisschen kleiner, so ein bisschen familiärer, da gibt es nur, sagen wir, 100 Leute, die insgesamt die ganzen Verlage vielleicht bedienen, wenn überhaupt. Das ist dann halt das und ich finde es halt auch schwierig, ich glaube, Joachim Kaps hatte das in seinem Interview auch gesagt, so die Verlage, die vielleicht gerade in den Markt einsteigen, die sehen halt nur, die, also die haben Schwierigkeiten mit den Lizenzen, heißt, keine Ahnung, die sehen halt vielleicht einen Chainsaw Man, das läuft richtig krass, wir holen jetzt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, welche Lizenz gerade noch richtig gut ist, aber die meisten guten Lizenzen so nach und nach sind weg, da gibt es wahrscheinlich noch so Hidden Diamonds, sage ich immer mal, die vielleicht auf dem Markt gerade existieren, aber so eine Schonen Jump bringt gerade auch nicht so viel guten Stuff nach, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich mir jetzt unbedingt einen Titel von holen, rein theoretisch, also das ist halt das, also wo man dann halt gucken muss, plötzlich bringt Löwe, keine Ahnung, ppppppppp oder sowas und sagt dann so, das wird der nächste Shit und dann wird das halt nachher gar nicht angenommen, also sowas halt, nur weil es auf Manga Plus zum Beispiel läuft oder keine Ahnung, also ich bin gespannt, was da kommt. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin super gespannt auf die Marktentwicklung, ich finde das auch cool, also der Manga-Markt ist riesengroß und ich finde auch so ein bisschen gesunde Konkurrenz ist durchaus sinnvoll, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das irgendwo schon nach oben gedeckelt ist. Also ich glaube nicht, dass jeder ein Stück vom Kuchen abbekommen wird und ich glaube, dass viele Leute da ein paar G-Versuche machen werden, aber die auch schnell wieder einstellen. Ja, und das ist, bei sowas ist das ja ein bisschen kritisch, man hat es ja bei Heine auch gesehen, so, dann werden so Reihen geholt und die werden dann so nach und nach abgebrochen, dass man dann halt da eventuell Probleme hat, irgendwie die Reihen dann nicht mehr vollzählig zu kriegen, da sind dann die Leute eventuell, ich kann es dann auch nur nochmal sagen, ich wäre da auch rein theoretisch vorsichtig, wenn es jetzt kein kleinerer Verlag ist, dass ich jetzt sage, okay, da kommt jetzt plötzlich eine Lizenz raus, wird die voll durch die Decke, also man muss ja gucken, nachher haben die keine Ahnung und sagen sich, hey, ich hole eine Reihe, die hat 22 Bände und denke dann, dass sie gut läuft und dann ist sie mit acht Bänden dann abgebrochen oder so, das könnte ja natürlich dann auch passieren, das ist ja anders wie in einem Romanbereich, wo du vielleicht nur ein Buch rausbringst, sowas, oder du sagst dann, ich bring, ich mach nur BLs und BLs Einzelbände oder so, das würde rein theoretisch ja auch noch funktionieren, aber so Länge rein ist halt schon kritisch. Ja, total, also vor allem, weil ja auch das Abbrechen bei Lizenzgebern extrem unbeliebt ist, also denen geht ja auch was verloren, schon allein an finanziellem Gain und also es gibt durchaus die Stories in der Branche von Lizenzgebern, die bis heute, wir wissen, Verlagen einfach nachtragend sind, weil die damals Lizenz XY abgebrochen haben und das kommt einfach gar nicht gut an und ja, ich bin auch gespannt, ob das einen negativen Gesamteinfluss auf den deutschen Markt haben wird, das jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ohne jetzt Löwe ans Bein pissen zu wollen oder so, sagen wir mal, die brechen irgendwie zwei Serien ab und stellen das Manga-Programm wieder ein, ob das dann zum Beispiel einen negativen Einfluss auf den deutschen Markt insgesamt hätte. Also, dass quasi der japanische Lizenzgeber dann sagt, hey, nee, sorry, verbrannte Erde, wir haben festgestellt, Deutschland ist für uns kein guter Markt, von unserem Verlag kriegt ihr keine Lizenzen mehr, das wäre halt auch sehr schade, das heißt, so ein Boom in der Hinsicht birgt auch gewisse Gefahren. Ja. Oder man macht es halt vielleicht in Richtung Ultraverse, die haben es ja auch in Pyramor gemacht, die haben ja Radion nochmal rausgebracht, weil es bei Pyramor nicht ordentlich gelaufen ist, vielleicht ist es ja nochmal so, dass es eine Lizenz ist, da kann man nochmal ein Auge zudrücken und das würde rein theoretisch doch passen und man ist ein bisschen traurig drüber, dass die dann kamen, aber vielleicht hat Löwe sich was anderes vorgestellt, aber ist ja alles Orakeln, du hattest es ja auch schon gesagt, man ist gespannt, also ich bin auch gespannt, wann das erste Mal irgendwas angekündigt wird in die Richtung und da auch, wie die Verlage laufen auch, wie Papertunes jetzt, anfängt und so langsam kommt, bin ich auch echt gespannt. Ich glaube bei, Entschuldigung, ich wollte nur noch anfügen, bei Papertunes sitzen ja auch erfahrene Leute, also ich glaube bei Papertunes ist das nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ich finde übrigens, es tut mir auch so leid, dass ich jetzt dein Chat komplett in Aufruf versetzt habe durch die Aussage hier von wegen Manga vs. Comic, es tut mir leid, ich wollte nur den westlichen Comic im Gegensatz zum Manga darstellen. In Japan ist alles Manga, was ein Comic ist, seid unbesorgt. Ja, ist das ja immer so, ist ja egal. Auf jeden Fall, ja, wir haben ja auch natürlich Messen wieder gehabt, endlich Corona, ja, jetzt Massenpflicht in den Öfis bei uns sind jetzt auf jeden Fall auch weg und so weiter. Jetzt kann man wieder endlich durchstarten mit den Messen, LBM ist wieder da, Animagic ist da. Ihr hattet ja auch schon gesagt, dass ihr, also 2022 hattet ihr ja die Animagic besucht, könntest du ja nochmal sagen, wie du so deinen ersten Eindruck wieder hast. Ihr habt ja auch ein bisschen was vorgestellt, aber ihr habt für 2023 geplant. LBM, Animagic und Dokumi, fehlt da eine Messe oder seid ihr nur dieses Jahr auf den drei Messen unterwegs? Ne, wir sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf der Konichi, das heißt, wir geben uns dieses Jahr das volle Programm und ja, letztes Jahr, wie du schon richtig gesagt hast, da waren wir nur auf der Animagic, was natürlich primär Corona bedingt war, denn normalerweise lässt man die LBM slash MCC eigentlich nicht aus, aber wir hoffen einfach mal, dass es dieses Jahr dann wieder klappt natürlich. Ich bin auch sehr auf Entzug, muss ich sagen, die LBM ist definitiv eine meiner Lieblingsmessen und deswegen bin ich da schon sehr voller Vorfreude und freue mich jetzt auch so nach diesen, ich nenne sie mal die harten Corona-Jahre und das hat durchaus Sinn gemacht, da natürlich die Messen einzuschränken oder abzusagen, aber ich freue mich jetzt trotzdem einfach wieder, dass mal so ein richtiges Messejahr auf einen zukommt und ich werde auch auf allen von diesen vier aufgezählten Messen zugegen sein dieses Jahr, das heißt, ich habe den vollen Messeblast schon vorprogrammiert und ja, ich freue mich, ich habe Bock auf jeden Fall und ich glaube, wir haben auch ziemlich coole Sachen für diese einzelnen Messen geplant. Ja, da kannst du wahrscheinlich aber keinen Ausblick geben, was da irgendwie speziell kommt, oder? Du bist schon ein bisschen, was du meinst. Naja, ich sage mal so, also die Leipziger Buchmesse steht ja fast unmittelbar bevor, auch wenn sie dieses Jahr im April stattfindet, aber ihr dürft euch auf jeden Fall sicher sein, dass es auf der Leipziger Buchmesse zu unserem Bestseller natürlich Chainsaw Man irgendwie ein bisschen was geben wird, ist ja ganz klar und ich meine, da muss man jetzt auch irgendwie kein Hellseher für sein, um zu sagen, ob Egmont wohl was mit Chainsaw Man macht. Naja, klar, machen wir auch ein bisschen was rund um Chainsaw Man und natürlich, ich würde mal vermuten, dass du mich auch im Laufe dieses Interviews noch darauf ansprechen wirst, aber auch Daniel Eichinger mit seinem neuen Projekt Jovan Torso wird bei uns auf der Leipziger Buchmesse natürlich Thema sein und unabhängig davon werden wir natürlich auch viele neue Lizenzen mit am Start haben, also auch der Konsum will bedient werden und so. Also ich glaube, auf der Leipziger Buchmesse, das ist ja auch das, wo man wirklich immer quasi all-in gehen kann als Verlag, weil das eigentlich so, vielleicht nicht die größte angesichts von Dokomi, aber die prestigeträchtigste Veranstaltung ist und deswegen würde ich sagen, da ist auf jeden Fall immer was zu erwarten, aber das komplette Programm werde ich natürlich nicht spoilern. Ja, also nicht, dass ihr jetzt, ich weiß jetzt nicht, 100% die LBM fängt an, glaube ich, Mittwochs oder Donnerstags, wie wird das nochmal Mittwochs, ne? Ich glaube, Händler dann immer schon ab Donnerstag und also so normalsterbliche Besucher, glaube ich, immer ab Freitag, Samstag, Sonntag, Fragezeichen, oder war Händler schon Mittwoch? Boah, gute, also ich bin auf jeden Fall ab Mittwoch da. Solange ihr nicht für die Konsumenten was anbietet und plötzlich Donnerstag, Freitag alles raus habt und wenn die Leute am Samstag kommen, plötzlich die Probleme haben, das wäre natürlich traurig. Nee, 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 wir bringen viele Dinge mit, keine Sonne. Okay, alles klar, sonst hätten wir nachher so den Parkel wieder. Oder, ja, ich bin gespannt, aber du hattest es jetzt auch angesprochen, Daniel Eichinger, Freund von mir, er bringt Gioventore dann bei euch raus, Hälfte 20, 23, also zweite Hälfte wahrscheinlich. Ähm, bist du da guter Dinger? Also das Ding, das hat ja, glaube ich, um die 300 Seiten, hat so ein bisschen Flair von dem Nihei beispielsweise, aber natürlich steckt da sein eigener Flair drin, wäre doof, wenn man ihn jetzt damit hundertprozentig vergleicht. Ähm, bist du da guter Dinger, dass das gut angenommen wird? Kann man da schon sagen, wann es in der zweiten Hälfte kommt, oder ist das noch nicht so hundertprozentig sicher? Ähm, ich kann auf jeden Fall schon mal direkt vorweg sagen, ähm, dass, wer das nicht geil finden wird, sobald das Ding raus ist, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Ich bin ehrlich. Also ich meine, ich hab das, ich sag auch mal, ich spoilere mal so viel, Daniel ist schon fertig. Ähm, das heißt, ab hier bin, eigentlich kann er sich zurücklehnen, auch wenn er das natürlich nicht tut. Der ist ein, ein, ähm, wilder Gott am Zeichenstift, nenne ich ihn einfach mal. Ähm, aber rein theoretisch, was Jovan Tore angeht, kann er sich schon zurücklehnen und alles in meine Hände übergeben. Ähm, ab jetzt quasi ist, ist, ist mein Job gefragt. Und, ähm, ich hab, das Ding ist schon mehrfach durchgelesen, ich hab es textlich schon überarbeitet und es ist einfach so gut. Es ist wirklich, manchmal sitze ich davor und frage mich, ob das echt ist, so gut wie das ist. Also ist das, ist das noch das Real Life oder ist das schon Jovan Tore? So. Und das ist wirklich, also ich bin absolut begeistert und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, ähm, dass der Markt das zu schätzen wissen muss. Ähm, weil das wird, das wird ein richtig schönes Ding. Das wird auch ein edles Buch. Das wird, das wird eine tolle Angelegenheit, was man sich auch gerne ins Regal stellt. Und, ähm, inhaltlich, gerade weil ich natürlich auch immer wieder feststelle, dass solche Sachen beliebt sind, wie jetzt Zutomonie, hey, mit so Sachen wie Blame, dann, ähm, ich sag's, wie es ist, ähm, Juras Berserk, ähm, auch so Spiele wie Dark Souls und Elden Ring und dieses ganze Zeug, das schlägt alles so krass in diese Kerbe. Also ich hatte so krass, ich bin ja selber richtig harte Dark Souls-Fan und Elden Ring-Fanboy und so. Und ich hatte beim Lesen von Jovan Tore so krass Dark Souls-Vibes. Ähm, allein deswegen bin ich so verliebt in diesen Titel schon. Und natürlich auch in Daniels Zeichenstil, der perfekt dazu passt. Deswegen, das wird so, so gut, ich schwöre. Ja. Und, ähm, vielleicht noch kurz, weil du gerade noch gefragt hattest, ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, geplant, dass er, ähm, ich sag mal, Spätsommer, Frühherbst, ähm, erscheint. Also dieses Jahres natürlich. Und wir werden auf jeden Fall in sehr naher Zukunft, äh, tatsächlich auch innerhalb der nächsten Wochen, äh, ein genauer Termin steht leider noch nicht fest, aber ihr erfahrt es auf jeden Fall auf den Egmont Manga Social Media Kanälen, werden wir auch mit, mit Daniel zusammen einen richtig schönen fetten Stream machen und euch in die Welt von Jovan Tore entführen. Ich bin gespannt. Also, ich hab, ja, also man sieht ja schon ein bisschen auf seinen Social Media Kanälen kann man ja schon immer so ein bisschen mal, äh, einen Blick erhaschen. Da hat er ja schon damals, vor Egmont hat er ja schon ein bisschen mal was gepostet und so, ähm, ihr habt ja damals dann auch, dann, ähm, da können wir auch noch gerne drüber sprechen, in die Richtung, ähm, wobei, da, da gehe ich später drauf ein, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, okay, das Werk ist jetzt abgeschlossen, er hat das jetzt durch, heißt, ist es als Einzelband angelegt oder ist es jetzt so, dass er jetzt sagt, okay, es gibt Band 2, also existiert sowas? Also, ich sag mal so, ist es als Einzelband in sich geschlossen, ähm, so wie man auch quasi sagen könnte, ich bleib mal bei den Beispielen, Souls-Spiel ist in sich geschlossen, aber es gibt natürlich gewisse Dinge, die sich durchziehen und, ähm, auch bei Jovan Tore ist es so, ähm, dass das Potenzial besteht, je nach Erfolg des, äh, des ersten Bandes, ähm, da weiter zu machen. Aber wir als Verlag sagen uns natürlich auch, auch, ja, wir wollen auch ein bisschen, wir wollen natürlich auch ein bisschen sehen, wie das performt. Also, wenn wir jetzt, und Gott bewahre, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber wenn wir sehen sollten, oh, scheiße, wir haben irgendwie 100.000 Euro verbrannt mit diesem Ding, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ klein, dass es noch mehr davon geben wird, ähm, sollte das aber auch nur halbwegs gut laufen, ähm, also so, dass man quasi am Ende irgendwie rausgeht, ähm, ohne irgendwie Geld verloren zu haben beispielsweise oder natürlich, und davon gehe ich einfach mal aus, ähm, ähm, weil, wie gesagt, dieser, dieser Typ ist einfach so ein Unikat. Also, Daniel Eichinger ist wirklich, ja, ich sag, er ist einer meiner Lieblingskünstler, ähm, und, ähm, und, ähm, ich glaube einfach, dass da richtig viel Potenzial drin ist, deswegen, ähm, würde ich mich sehr freuen, auch in Zukunft noch weiter mit Daniel zusammenarbeiten zu dürfen. Ja, also ich kann dir da auch nur zustimmen, also das ist unglaublich, also für mich auch, wenn er jetzt in Sachen Storytelling da auch einiges vielleicht rausreißt, zeichnungstechnisch kennen wir es jetzt natürlich, Storytelling ist ja in Deutschland auch immer so eine Sache bei den deutschsprachigen Autoren, ähm, das ist mal gut, mal schlecht, ähm, da bin ich auch gespannt, in welche Richtung das dann halt auch geht, wie er da seine Story dann halt auch ausgearbeitet hat, ähm, damit fällt für mich, ich, ich bin ja voreingenommen, das ist das Problem, äh, für mich, äh, rein theoretisch könnte damit dieser Manga halt fallen, aber ich kann's auch, ich werde das Ding unglaublich bewerben, also ich, das, was ich gesehen hab, ist einfach, ich bin großer Nihei-Fan, alles, was in diese Zeichenrichtung geht, ist unglaublich einfach, ähm, plus das Doofe ist halt bei Daniel, er zeichnet halt Ewigkeiten an dem Ding, ne, also ist ja, ja, du kannst ja jetzt nicht sagen, ich bring in einem Jahr ein Band raus, das wird ja vielleicht teilweise dann auch in dem Sinne gar nicht funktionieren, ne, also. Ähm, ich, ähm, sag mal so, ähm, für die Art, wie Daniel zeichnet, ich hab übrigens hier ein gerahmtes Bild von Daniel, hier an der Wand, ich kann's dir ja gar nicht zeigen. Du hast eins, äh, das ist Traum, Daniel, was soll das? Und es ist, ja, come on, als sein Redakteur, darf ich das wohl haben, ähm, hatte mir tatsächlich auf der letzten Ani Magic vermacht, ähm, was ich, und ich bin unfassbar dankbar, ist das, ähm, Lady Maria aus Bloodborne, ähm, naja, anyway, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich bin eigentlich der Meinung, dass Daniel für seinen Zeichenstil relativ schnell vorankommt, also er ist außerdem ein extrem disziplinierter Typ, also er zeichnet so gewissenhaft, und auch, was ich das allerverrückteste fand, wann immer ich mal eine Paneländerung hatte oder so, ich hab richtig schlechtes Gewissen gehabt, weil bei Daniel ja alles so aussieht, als hätte er einfach acht Jahre dran gezeichnet, ähm, und dann denke ich mir so, oh, scheiße, Daniel, ich glaub, wir müssen dieses eine Panel ändern oder wir müssen hier noch eine erklärende Doppelseite einfügen oder irgendwie sowas, und, ähm, das, ja, war so schnell umgesetzt, also er kam teilweise da gefühlt am nächsten Tag mit, ähm, mit irgendwie der, der ausgebesserten Seite und ich so, wie hast du das denn so schnell überhaupt gezeichnet? Das sieht ja, das, hast du die ganze Nacht durchgemacht? Also, ich muss sagen, dafür, wie Daniel zeichnet, kommt er sehr, sehr schnell voran. Ja, äh, krasser Typ auf jeden Fall. Also, ich bin da gespannt, ich, wie, in welche Richtung das geht, ähm, das ist so einer der heiß erwartetsten Titel für mich auch dieses Jahr, weil ich da auch immer hoffe, dass in Deutschland dann dieses Feld dann auch größer erweitert wird und dass dann auch mehr Aufmerksamkeit wirklich auf deutsche Autoren ist, weil immer, wenn ich mal eine Umfrage mache, lest ihr eigentlich deutsche Autoren, dann ist das irgendwie 30 Prozent, äh, sagen dann ja, und das finde ich halt schon teilweise traurig, obwohl da halt extrem viel Potenzial drin steckt. Ähm, hier aber so eine Sache, ihr habt es auch gemacht, ich halte es mal in die Kamera, äh, das sind eure Shorts. Auch, äh, deutschsprachige Autoren habt ihr mal damals gemacht. Ähm, da unter anderem ist Daniel Eichinger auch vorne drin, also kann man ein bisschen was sehen, auch wenn es an den Zeichenstil wahrscheinlich nicht mehr ansatzweise drankommt. Ich glaube, bei Juventura hat er ein bisschen was anderes nochmal aufgelegt. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, die Sache, ähm, macht ihr sowas eigentlich nochmal, also ist das gut angelaufen irgendwie, dass ihr jetzt nochmal sagt, hey, ihr bringt nochmal diese, diese Shorts raus von ein paar anderen Leuten, weil da gibt es ja so viel auf dem Self-Publisher-Markt, äh, dass ihr das vielleicht nochmal angeht, das Thema? Also ich sag mal so, ähm, gut gelaufen kann man in der Gestaltung ja gar nicht bewerten als Unternehmen, weil die Dinger kostenlos waren. Und das heißt, für uns, ähm, ist es sowieso ein, ein Geld ausgeben. Ähm, aber das möchten wir einfach machen, um deutschen Zeichnern und Zeichnerinnen eine Plattform zu bieten und, ähm, denen zu zeigen, so, ey, wir als Verlag, nicht nur, wenn wir an euch verdienen, möchten wir an euch glauben, wir möchten das auch aus einem, ähm, wir möchten das auch aus einem redaktionellen Anspruch heraus machen. Und das finde ich total wichtig, ähm, nicht nur bei den Egmont Shorts, auch generell bei, bei Titeln zum Beispiel, wenn du irgendwas, ähm, verlegen willst und sei das jetzt eine deutsche Zeichnerin oder, oder irgendwie, sagen wir mal, ein etwas nischigeres Werk aus, aus Japan, ähm, ist es immer toll, den Spagat zu schaffen zwischen, ey, wir machen hier was für den Mainstream, was uns die Kohle reinbringt und wir machen Prestigeprojekte aus einer redaktionellen Haltung heraus, aus einem redaktionellen Anspruch, weil wir sagen, ey, wir sind mit Leidenschaft bei diesem Thema dabei, wir wollen das, wir wollen das einfach machen und wir zahlen dafür auch Geld. So, und genau sowas waren die Egmont Shorts eben auch. Und, ähm, wir haben das Geld in die Hand genommen und gesagt, wir möchten diese Leseproben drucken, die gibt es ja auch noch in digitaler Variante. Ich glaube, die gedruckten sind mittlerweile nicht mehr verfügbar. Ähm, und die digitale Variante könnt ihr aber jederzeit noch auf unserer Website euch anschauen. Ähm, und, ähm, das wird es auf jeden Fall nochmal geben, bin ich eigentlich fest von überzeugt. Ähm, und man muss jetzt auch dazu sagen, wir haben mit Daniel zum Beispiel auch jemanden gefunden, mit dem wir dann direkt ins nächste Projekt über, ähm, übergedriftet sind, hinübergedriftet. Und, ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht in Zukunft auch noch mehr, vielleicht deutsche Talente zum Beispiel akquiriert, aber eben auch unabhängig, ob es überhaupt, unabhängig davon, ob es überhaupt zu weit kommt, einfach diesen Zeichnerinnen und Zeichnern die Plattform bietet. Und, ja, das liegt natürlich ein bisschen daran, wie viele und in welchem Zeitraum eingehende gute Bewertungen wir bekommen. Verzeihung. Und, ähm, deswegen, ja, es ist ein unregelmäßiges Projekt, keine Frage. Also, das heißt, wir können nicht irgendwie sagen, ja, die nächsten Shorts gibt es auf jeden Fall im September, weil das heißt ja, man müsste es in irgendeiner Form erzwingen können, dass wir bis September tolle neue Zeichner und Zeichnerinnen bekommen. Wir wollen ja nicht nur einen Short raushauen, wir wollen, sondern immer so ein bisschen natürlich auch die Aufmerksamkeit, die gebündelte Aufmerksamkeit mehrerer Titel benutzen können. Das heißt, sobald wir wieder genug zusammen haben, um das auch umsetzen zu können, wird es das wahrscheinlich wieder geben. Und natürlich kommt aber auch hinzu, dass zu dem jeweiligen Zeitpunkt dann das auch immer von den redaktionellen Kapazitäten her ein bisschen passen muss. Beim letzten Mal hat das sehr gut gepasst. Und auf so eine, ich nenne es jetzt mal redaktionelle Lücke, warten wir auch wieder, damit wir solche Projekte potenziell angehen können. Ja, es ist dann so, dass man, also es ist ja nicht direkt auf eurer Seite, glaube ich, ausgeschrieben oder so, aber kann man euch rein theoretisch als Self-Publisher einfach die Sachen zukommen lassen? Oder seht ihr, also habt ihr da gerade kein Potenzial für? Also, da ihr jetzt ja Daniel habt und Daniel, ich glaube, ausschließlich, sonst habt ihr ja gar keinen, soweit ich das weiß. Nehmt ihr das an? Schaut ihr euch das an? Also ist das, nehmt ihr, also nicht, dass man sagt plötzlich, okay, das, ihr steckt zwar die Energie da rein, aber es ist totaler Bullshit, dass ihr uns das jetzt schickt, also, also du... Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also bitte schickt uns das ganz definitiv sogar. Ja, ähm, weil erstens können wir nur so überhaupt an solchen Dingen wie den Eggman Shorts arbeiten und zweitens, es gibt auf unserer, ich weiß leider nicht mehr, wie die, die Subpage heißt, aber es gibt auf unserer, auf unserer Homepage auch, ähm, eine Erklärung dafür, was man quasi vorbereiten muss, wenn man so eine Manga-Bewerbung an uns schicken möchte. Und, ähm, die nehmen wir auf jeden Fall jederzeit mit Handkuss, ähm, und, ähm, sind immer froh, wenn uns die Leute was schicken, weil wir ja auch ein bisschen sehen wollen, ähm, was der deutsche Mangaka-Markt, äh, so hergibt und macht. Und da sind auch teilweise richtig, richtig interessante Projekte dabei, ähm, gar keine Frage. Ja. Also ich bin gespannt, also was ihr da auf jeden Fall macht, also, äh, gucken wir mal in die Zukunft rein. Ich hoffe, ich drücke da auf jeden Fall, Daniel, alles, äh, Gute, also, das ist, ähm, das muss was werden, also ich hoffe, es fehlt auch was und, äh, findet sein Einklang, ist natürlich ein seinen Werk, also geht ja in Richtung, ein bisschen erst ältere Publikum, ähm, ist ja dann auch immer so eine Sache, wie es dann bei den Jüngeren ankommt, aber ich bin gespannt, also es wird auf jeden Fall hoffentlich was werden. Dann. Ja, hoffentlich auch drauf. Ja, dann in Richtung Lizenzen und allgemein, da haben wir ja noch gar nicht richtig drüber gesprochen, klar, wir haben ein bisschen über Chainsaw Man gesprochen, jetzt habt ihr natürlich ein paar Sachen irgendwie raus, äh, gebracht. Hier halten wir gleich auch nochmal in die Kamera, dass man so ein bisschen was sieht, so was gerade läuft, was ich gerade auch von euch so habe. in die Richtung, hast du derzeit eine persönliche, was ist deine Chainsaw Man ausgenommen, also das ist, äh, das, ich will dir jetzt kein, kein, also, was ist deine persönliche Lieblingslizenz derzeit bei Egmont erstmal? Ähm, ich muss sagen, es ist, also, klar, wenn wir Chainsaw Man ausnehmen, dann was anderes, aber prinzipiell ist Chainsaw Man natürlich ganz vorne mit dabei, weil ich selber tatsächlich den Manga nur vorgeschlagen habe, aus persönlichem Interesse auch. Also, ich schlage eigentlich in Redaktionssitzungen, die Leute schlagen teilweise die Hände über dem Kopf zusammen, ähm, schlage ich nur Sachen vor, die, ähm, mir selber auch taugen. Also, wenn wirklich Not am Mann ist, sagt man sich mal, hey Leute, guckt euch das, Mann, ich finde es nicht so geil, aber es könnte irgendwie ein Mainstream-Hit werden, wir brauchen noch was für Genre XY, mich hat es aber nicht so richtig überzeugt, aber es ist besser als der andere Kram, der hier gerade so rumgeistert. Das kann vorkommen, aber insgesamt gehe ich gerne rein mit voller Überzeugung und sage, ey Leute, dieser Typ, er ist Kettensäge, so, und bin dann ganz begeistert. So, und, ähm, ich glaube, ich verrate auch kein Geheimnis, wenn man einfach sagt, so, hey, Chainsaw Man ist zu Recht ein Hype-Titel gewesen und ich habe es einfach sehr genossen, wie sich dieses Ding storytechnisch in seinen ersten elf Bänden entwickelt hat und ich bin mittlerweile auch schon durch mit dem zwölften Band, ähm, der bei uns im Mai erscheint oder eben auf der Leipziger Buchmesse schon vorab, falls ihr das möchtet, ähm, und, ähm, der ist, ich liebe Part 2, also ich meine, ich hatte ihn vorher schon gelesen, bevor ich das jetzt bearbeitet habe, aber, ey, Part 2, das wird wieder so geil und Fujimoto ist für mich einfach ein absolutes Genie, deswegen, ähm, bin ich auch einfach insgesamt ein sehr, sehr großer Fan seiner anderen Titel, die bei uns laufen und ich glaube, ein wirklich close second favorite wäre, ähm, Goodbye Eri, der jetzt, ich glaube, sogar schon im April erscheint, ähm, müsste im April erscheinen und der ist einfach, das ist so gut, also das ist wirklich ein, es ist tatsächlich ein Film als Manga, aber es ist auch metaphorisch ein Film als Manga, einfach im Erzählstil und so, also es ist wirklich, es liest sich so gut, es ist so eine wundervolle, fast Murakami-eske, leicht surreale Geschichte, ah, ich, I love it, so, also Goodbye Eri war genau das, was ich lesen will, also es hat mich wirklich sehr, sehr abgeholt, ähm, und zu guter Letzt würde ich sagen, und das ist wirklich, boah, ich weiß gar nicht, wo ich den einordnen würde, aber eigentlich ganz oben, ganz, ganz oben sogar, ähm, zusammen mit Chainsaw Man an der Spitze ist Mordene Doll. Also Mordene Doll, den ich tatsächlich nicht selber redaktionell betreue, aber lekturieren darf, das heißt, ich kümmere mich um die Texte, ähm, ähm, der ist, der ist mir so ans Herz gewachsen und, ähm, das ist ein so wunderschöner, wundervoller, wholesome Titel, ähm, der einfach beim Lesen ein super gutes Gefühl gibt, ähm, und, ja, also, außerdem heirate ich Marin, wenn ich groß bin, nur just so vor Info schon mal an alle, die hier quasi ihre Waifu-Kissen schon ausgepackt haben, ähm, nee, Mann, aber das sind wirklich so tolle Charaktere und das ist so eine authentische Teenager-Liebe irgendwie, ich fühle mich jedes Mal wieder 16, wenn ich das Ding lese und irgendwie so, oh Gott, genau so war es damals, also nur mit weniger Cosplay und, oh Gott, ich kriege richtig Herzklopfen, wenn ich das lese und bin einfach wieder für einen Abend 16. Das ist, äh, also im positivsten Sinne natürlich. Ja. Also ich finde, äh, Mordene Doll gibt so ein, ist so ein Good-Vibes-Manga für mich, also das ist halt so, dass die mit Leidenschaft halt dabei sind und dass die halt immer Spaß dabei haben und da lässt einen irgendwie, also der zieht einen nicht runter, also wenn man jetzt wirklich was braucht, man ist in der größten Dunkelheit oder sowas, dann soll man sich den einfach mal nehmen, meiner Meinung nach, und dann kriegt man so ein bisschen diese positive Energie von den Leuten dann halt mit, also das ist das, ähm, was du jetzt auch gesagt hast, die ganzen Fujimoto-Titel, ich hab hier auch noch ein paar hier, jetzt habt ihr ja letztens dann auch noch die Short-Stories hier rausgebracht, da kam jetzt auch der zweite Band so raus, da warte ich gerade noch drauf, dass ich den noch bekomme und Look Back, äh, kam ja auch raus, hätte ich auch gar nicht damit gerechnet, dass der so gut ist, so wie er ist, also ich dachte erst, das würde, ah, okay, jetzt bringt der Typ dann noch irgendwie, oder hat schon kurz Geschichten rausgebracht hier in Einzelband, der wird jetzt bestimmt nicht so gut, der hat mich halt echt überrascht, Eri zum Beispiel hab ich jetzt nicht, noch nicht gelesen, aber da bin ich auch gespannt, also ich hab gehört, der soll noch ein bisschen besser sein als Look Back, wenn man das so bewertet, in die Richtung, und, äh, da bin ich echt gespannt, also, was denn das wird. Ähm, Marco, denn, wenn du jetzt sagst, keine Lizenz von Egmont, so, was ist denn deine Lieblingslizenz bei, egal welchem Verlag, jetzt, äh, Jonas, äh, Johannes, wenn, äh, Johannes noch im Chat ist, jetzt nicht, äh, Alter, nein, sag mal. Ähm, aktuell laufend oder, ähm, generell, die gerade so rauskommt? Ja, jetzt nicht der lachende Vampir, nicht, dass du da jetzt kommst, aber, äh, das ist genau das Ziel. Also ich sag mal, also, äh, komm mal, ich sag mal so, ähm, man, und ich finde auch, ich finde, ganz kurz, ich muss wirklich sagen, die Kollegen und Kolleginnen von Rebprodukt haben einen kurzen Shoutout verdient, ähm, ähm, dafür, dass sie das rausbringen, dafür, dass sie Suihiro Maru-Titel in Deutschland rausbringen, ganz, ganz dickes Lob, ich hätte niemals damit gerechnet, auch wenn der erste, glaube ich, schon mal 2004 kam oder so, aber dann eben abgebrochen wurde und, ähm, ich bin da wirklich unfassbar dankbar für und, ähm, auch wenn ich das nicht lektoriert hätte oder so, ähm, das war, das war einfach eine richtig geile Sache von denen, dass sie das geholt haben und da bin ich auch wirklich ganz absichtlich durch alle Egmont-Instanzen gegangen, weil du musst ja, ich bin ja eigentlich vertraglich dazu verpflichtet, nicht gegen Egmont zu arbeiten, aber man könnte sagen, du hast den lachenden Vampir lektoriert, du arbeitest ja gegen Egmont und ich bin durch alle Instanzen gegangen, bis, bis hin zu HR und musste mir so, so ein schriftliches Ding ausstellen lassen, auch vom Verleger, ähm, dass ich das darf. Also ich darf quasi diese beiden Titel für, oder diese drei waren es, äh, mit Midori noch, ähm, ich darf das für, für quasi nicht Egmont, für Reprodukt lektorieren. Ach, das hast du gemacht? Achso, ja, ich hab die, ich hab, ähm. Ich wusste das gar nicht. Achso, ja, ich hab, ich hab für die Kollegen und Kolleginnen von Reprodukt, hab ich, ähm, alles zu Hiromaru-Titel, die bisher rausgekommen sind, lektoriert. Ähm, also hab da die Textbearbeitung gemacht und, ähm, und da hab ich wirklich, also die haben mir das angeboten, aber es geht eigentlich nicht. Und dann war erst die Frage, macht man es mit einem Pseudonym, so wie es nicht ganz unüblich ist natürlich, wenn man sich irgendwie verschleiern möchte. Und ich sag aber so, ey, nein, das ist einer meiner absoluten Lieblingsmanga. Ich möchte da mit meinem echten Namen im Impressum stehen. Und ich hab halt einfach, ich hab angefangen bei Micha, dem Programmleiter, bin dann über HR bis zum Verleger und hab halt gemeint so, ey, könnt ihr mir bitte irgendwie, also könnt ihr mir das erlauben? Bitte, bitte, bitte. So, und, ähm, ja, weil man sich natürlich auch ein bisschen kennt und so weiter. Ja, das war, ähm, das war cool, dass die das erlaubt haben und es hat mich mega krass gefreut einfach. Ja, krass. Ähm, Entschuldigung, du wolltest auch sagen. Nee, ich wusste es halt selber nicht. Also, keine Ahnung, dass es mir nicht aufgefallen ist. Ich hab auch beide Titel sozusagen hier und auch gelesen und fand ihn auch als Horror-Titel in dem Sinne, was er dann halt auch ist, auch komplett anders. Und das kannst du auch nicht mit Junji Ito vergleichen. Das ist nochmal wieder ein anderes Ding einfach. Und, äh, hab auch selber schon in meinen Storys gesagt, so, das ist einer meiner Favorite-Horror-Titel geworden, weil er da ist, wo er ist. Äh, er ist ein bisschen, ja, er ist halt eigen. Also, ihr müsst selber euer Bild machen, bevor ich jetzt hier irgendwas reinhaue. Aber, aber. Er ist einfach sehr Kunst, ne? Er ist Kunst. Ja, es ist mal was anderes und ich liebe anderes. Und das ist halt das, was manchmal auf dem Mangamarkt einfach fehlt. So, und da, wo man halt auch viele sagen, okay, das Ding, ich glaub 24 Euro kostet das, ist natürlich dann auch ein stolzer Preis. Ich find, ich bin froh, dass ich das Ding zum Beispiel ausgegeben habe, jetzt Werbung nochmal an Reprodukt. Es ist halt einfach so. Und, ähm, das hat das Ding einfach nur verdient. Medioree bin ich jetzt nicht so hundertprozentig für überzeugt, weil das nochmal in die sehr ekelhafte Richtung geht. Das hat mir sehr, sehr pervers. Aber, ähm, davon wegzukommen, unabhängig von den Reihen, jetzt, äh, noch mal, äh, zu dir rüber. Was, was, was hättest du denn da noch für ein? Also, ähm, was ich gerade lese, ist tatsächlich, ähm, Carlson's, das passt natürlich leider auch in die gleiche Kerbe, aber ich lese gerade hier noch, ähm, ähm, Loveless von Junji Ito. Ähm, ich glaub, ich glaub, er ist Loveless, ne? Ähm, ich, äh, ja doch, ich glaube. Ähm, ja, auf jeden Fall mit dem schönen Jungen, der da nachts durch die Stadt schleicht und so, ähm, und, ähm, bin insgesamt sehr dankbar, natürlich auch Carlson dafür, dass sie einen anderen Horror-Großmeister geholt haben. Deswegen, ähm, ja, Junji Ito, All-Time-Favorite, ähm, mit seinen schwurbeligsten Geschichten bis hin zu Klassikern wie Uzumaki und Tomie. Äh, ich feier das alles. Ich nehm, ich nehm selbst die bescheuertsten Geschichten nehm ich mit Handkuss, wirklich. Also ich, also ich bin, bin das alles, ach, danke, Loveless, nicht Loveless, Loveless war der mit den katzenordigen Boys, oder? Lovesickness, ja. Ähm, Lovesickness, danke schön. Ähm, ähm, ich, äh, meinte natürlich Lovesickness. Ähm, und ich warte auch noch ein bisschen auf, also kleiner Wink an Carlson mit dem Zaunpfahl. Danke. Genau. Ich warte noch auf, also ich hab zwar die englische Ausgabe schon hier im Regal stehen, die auch wirklich sehr schön geworden ist, aber ich warte trotzdem auch noch auf eine deutsche Ausgabe von No Longer Human und ich finde auch, dass der, dass der deutsche Markt dieses Dasei X, äh, Ito Crossover mehr als verdient hat. Ja. Ich hatte das auch schon gesagt so, Carlson, ich hätte gedacht, eigentlich in der jetzigen Ankündigung kommt's, jetzt haben sie komischerweise wieder was anderes angekündigt, ich glaube Remina haben sie ja angekündigt, wo ich mir dachte, wieso kommt dieser Titel nicht? So, vielleicht ist das doch so das letzte Ding, was kommt und dann knallen sie nochmal einen raus, aber ja. Ich bin ja schon froh, dass es Tomi endlich geschafft hat. Ich war fast schon kurz davor zu sagen, in unseren Redaktionssitzungen, ey, bitte, bitte, bitte Tomi, 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 so, ich will unbedingt Tomi, ich hab ja auch, ich glaube, das habe ich im letzten Stream aber schon gezeigt, ja, hier ein Tomi-Tattoo und so, also ich bin wirklich Tomi-Ultra, ähm, deswegen war ich sehr, sehr froh, als er dann in Deutschland auch rauskam, ähm, aber abgesehen davon, ähm, es gibt, glaube ich, gerade nicht so viel Laufendes, was ich, was ich, ähm, von den deutschen Kolleginnen und Kollegen verfolge, ich müsste erst mal überlegen, ich bin ja auch meistens dann natürlich mit Egmont-Titeln beschäftigt, aber es gibt schon so Favorites auf jeden Fall, die ich eben im Regal stehen hab, weil ich da einfach wahnsinnig, wahnsinnig großer Fan von bin, zum Beispiel einer meiner liebsten Manga, die ich in der deutschen Version besitze, da geht kurzes Lob an Ultraverse raus, ist einfach After the Rain in diesem Schuber, wo so auf dem Cover sind so die Regentropfen mit so Spotluck, also es ist ein mattes Cover und dann sind die Regentropfen mit Spotluck und ich liebe einfach After the Rain, das ist eine so schöne Geschichte mit einem so schönen Zeichenstil und ich war richtig froh, als ich dann diesen Schuber hatte mit den süßen Postkarten auch noch und das ist auch so ein kleiner Treasure einfach in meinem, in meinem, äh, Bücherregal. Okay, ja cool, also ich hab's selber jetzt nicht gelesen, ich weiß jetzt nicht, aber ich guck mir das gerne mal an, ich, äh, deshalb, aber, ja, ich bin gespannt, also wir haben ja jetzt auch, wenn wir jetzt auf die, ähm, auf die jetzigen Sachen drauf eingehen, so, es wurde jetzt gerade auch schon mal im Chat gesagt, so die ganzen Hardcover-Geschichten und so weiter, äh, ihr hattet's auf Manga Passion in einem Interview, natürlich hab ich das auch gelesen, deshalb ich versuche auch immer ein bisschen was anderes noch zu bringen als Manga Passion, äh, ihr hattet das ja gesagt, äh, eure stärksten Titel waren unter anderem Ranma 1, Halb, More Than a Doll, Chainsaw Man, Detective Conan, Given, immer noch, und Your Name, das ist so, äh, das so, was eure stärksten Dinger sind, deshalb, es ist auch immer so eine Sache, ähm, ja, jetzt nochmal zu sagen, ist das wirklich so, aber ja, ich glaube, es ist so, wenn das, äh, euer Programmleiter, äh, Michael gesagt hat, äh, dennoch, wo würdest du denn sehen, wo ein bisschen so Potenzial noch da ist, so ein Hidden Diamond, wo man sagt, so, ja, unabhängig jetzt von Delicious in Dungeon, das wäre jetzt für mich, äh, so ein Titel, wo man sagen könnte, hey, das ist, äh, einer, den sollte man eigentlich auf jeden Fall mal lesen, aber hast du da noch so was, wo du sagen würdest, okay, hey, das Ding, das braucht eigentlich mehr Aufmerksamkeit und das läuft bei Eggmont jetzt nicht so geil? Ähm, auf jeden Fall, also es gibt, ähm, was heißt nicht so geil laufen, ist immer, ähm, schwer, äh, einzugrenzen, da denken Leute sehr oft direkt an sowas wie, oh, schreibt rote Zahlen, wird gleich abgebrochen und nie wieder nachgedruckt, das ist Quatsch, aber es gibt natürlich Titel, von denen man sich am Anfang mehr erhofft hat, Delicious in Dungeon hast du gerade schon genannt, ich finde aber auch generell alle Titel, die sich so leicht, leicht auch nur an ein erwachseneres Publikum richten oder vielleicht auch nur hinsichtlich des Artworks aus der Reihe tanzen, zum Beispiel, ähm, finde ich das Dunkelgraue Chamäleon, zwar ein vierbändiger Thriller, nenne ich ihn einfach mal, ein Action-Thriller, ähm, der hat mich allein schon durch seinen Zeichenstil, ähm, sehr krass abgeholt, also das hatte was sehr Besonderes, es geht so um einen, einen Cross-Dressing, wie nenne ich's, ähm, ja, Cross-Dressing-Auftragskiller, der, ja, eine Rache-Geschichte aus seiner Vergangenheit begleiten möchte und er ist eben sehr androgyn und tritt in der Regel als, ähm, hübsche Frau aufverkleidet, weil ihm das ermöglicht, sich viel leichter seinen Opfern zu nähern und, ähm, das war einfach eine saukoole Geschichte, die so im Japan der frühen 90er angesetzt war, Zeiten der Bubble-Economie und so, auch eine sehr spannende Ära der japanischen Geschichte und, ähm, das war einfach ein cooles, vierbändiges Ding, das war mega hochwertig, das war auf sehr hochwertigem Papier gedruckt und das war, ja, war einfach irgendwie eine runde Sache, so, ähm, weiß, nichts Weltbewegendes, aber auch irgendwie nix Schlechtes und du denkst dir so, ey, komm, das, das muss die Leute doch abholen, wenn die ansatzweise auf Action stehen oder vielleicht auch mal irgendwie auf eine Story mit einem gewissen Twist, aber ich finde, solche Titel, ähm, performen bei uns oder generell am deutschen Markt immer ein bisschen unter ihrem eigentlichen Potenzial, auch sowas wie Vampires, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenn ich, ja. Ähm, genau, das ist so ein, so ein Girls Love mit, mit zwei jungen, ähm, Girls, die eine ist eine Vampirin und die andere eben eine ganz normale Schülerin und, ähm, der Zeichenstil ist so insane, also ich liebe den Zeichenstil einfach, der ist so detailliert, das ist ein so klarer Strich und das ist aber auch, es ist so gut und es hat teilweise aber auch so schöne Comedy-Momente, also es ist irgendwo auch zwischen Mordene Doll in Sachen Wholesomeness, dann hat es so leichte Horror-Einschläge wegen dieser Vampir-Sache und dann ist es aber auch einfach ein bisschen so, so Comedy-mäßig mit ein bisschen erotischen Jury-Elementen. Ich denk mir so, Alter, das ist doch das, was die Leute immer wollten. Also, weißt du, die ganzen Leute haben sich immer beschwert, ja, es kommt immer nur Jury, wo nie was passiert und so und, ähm, in Vampirs und so wird zumindest echt viel, echt viel rumgemacht, so, weißt du, man braucht nicht sieben Hände bis zum Händchen, äh, sieben Bände bis zum Händchen halten, so rum, ähm, so, weißt du, es ist irgendwie, passiert auch sofort was, es hat einen ausgefallenen, hochwertigen Artstyle, es ist ein Großformat mit einem sehr hochwertigen Papier und du denkst dir, ja, das ist eigentlich das, wonach die Leute auf Social Media immer so ein bisschen auch gerufen haben und dann kaufen es aber trotzdem weit weniger Leute, als wir uns zum Beispiel erwartet hätten. Ja. Ja, es ist manchmal, ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, ne, immer sowas zu kalkulieren, wenn es dann halt auch so ein bisschen nischiger vielleicht in die Richtung geht oder so, dass man dann sagt, okay, ähm, man würde denken, das würde laufen, fernab von diesen ganzen Mainstream-Titeln, das ist ja auch immer so eine Sache, äh, ob man jetzt nur Mainstream bringt oder ob man dann jetzt auch mal da ein bisschen was anderes herholt und so, ähm, das hat man meistens ja auch dann nicht auf dem Schirm, das wird dann unter, unter der Hand irgendwie so ein bisschen gekauft, äh, dann ist auch immer die Frage, ob man da ein bisschen Werbung für macht und so weiter und so fort, ähm, das ist halt auch immer so die Sache. Was ich natürlich jetzt ganz interessant bei euch finde, ist, ihr habt jetzt so ein neues Ding, das nennt, äh, was heißt so ein neues Ding, ihr habt immer noch, äh, diese ganzen New Editions, sie kommen so nach und nach, kommen sie immer mehr, ähm, ihr habt auch ganz viele alte Reihen, äh, es wurde ja auch gerade nochmal im Chat geschrieben, Mila Superstar, danke nochmal dafür, dass ihr solche Reihen dann halt auch nach Deutschland dann nochmal Gold habt, ähm, genau das gleiche wie, ähm, dass ihr dann auch New Editions habt, ich hab jetzt hier, ähm, ja, ist Ranma 1,5 ist da auch eine New Edition, ne? Ja, genau, könnte man glaub ich so, ich glaub, die heißt sogar Ranma New Edition, ich bin mir gar nicht sicher. Ne, ich glaube, das steht so gar nicht drauf, aber es ist eigentlich rein theoretisch in die Richtung New Edition, ähm, habt ihr sowas rausgebracht, dann habt ihr natürlich jetzt auch, äh, Inuyasha, dann kommt Homunculus noch New Edition raus, dann kommt ein Werk, wo die Bubble sagt, scheiße, das Ding ist einfach viel zu teuer und wo sollen wir es noch herkriegen, XXXHolic, plötzlich, äh, wird das angekündigt, kann man davon ausgehen, dass man sagt, okay, dieses New Edition, das hat jetzt so ein, so ein, so ein Stellenwert bei uns, äh, wir machen jetzt sowas öfters für ältere Titel, die vielleicht so nicht mehr da sind oder, dass man direkt wen in der New Edition rausbringt nochmal? Also, ich sag mal so, dass wir jetzt mehr davon machen, ist ja, wie du gerade schon festgestellt hast, kein Geheimnis, ähm, das liegt zum einen daran, ähm, dass man bei manchen New Editions natürlich, ähm, feststellen muss, dass die, dass das Titel sind, die sich früher nicht verkauft haben oder verkauft hätten und, äh, heute hat sich ja, wie wir auch vorhin schon, äh, schon eruiert hatten, ähm, der Manga-Markt, der hat sich sehr krass weiterentwickelt, also es verkaufen sich mittlerweile einfach Titel, die sich früher nicht verkauft hätten, das ist ebenfalls kein Geheimnis und, ähm, da muss man eigentlich nur eins und eins zusammenzählen, um zu sagen, hey, hey, zum Beispiel jetzt Homunculus, Homunculus war damals, ähm, damals schon eine geile Reihe, meiner Meinung nach, ich hab's sehr gefeiert und, ähm, also war auch so ein, so ein, ähm, ähm, so eine Art von Titel, die ich einfach persönlich sehr bevorzuge und, ähm, ich hab mich mega gefreut, dass wir uns durchringen konnten, da eine New Edition zu machen, also es war auch ein, auch ein längeres Diskutieren, weil, ähm, das sich damals eben schon nicht gut verkauft hat und man hat halt gesehen so, ja gut, der Manga-Markt hat sich jetzt ein bisschen weiterentwickelt, was, was machen wir denn? Manche New Editions laufen gut, auf Social Media schreien die Leute nach Titel XY, ähm, wie gehen wir denn damit um? Lass uns mal angucken, was damals so von den Verkaufszahlen zumindest halbwegs solide war, wo es vielleicht auch in Japan eine New Edition gibt, gibt's ja bei Ranma und Homunculus, gibt's auch in Japan, äh, New Editions, ähm, und, also weißt du, da, da guckt man, also fängt man an, eins und eins zusammenzuzählen, so eine Pro- und Kontraliste zu machen und guckt dann einfach, was geht. Und das ausschlaggebende Argument ist, wie gesagt, dass wir einfach wissen, dass sich heute Titel verkaufen, die sich früher nicht verkauft hätten. Und das ist so ein bisschen der Optimismus, mit dem man da reingeht. Ist natürlich immer ein bisschen risky, aber ich sag mal selbst so was wie Homunculus, ich glaub, in der New Edition sind das zehn Bände oder so, ähm, ich weiß es nicht genau aus dem Kopf, ähm, sind das zehn Bände oder so und da ist das Risiko nicht allzu groß. Also ein paar davon wirst du ja auf jeden Fall verkaufen und im schlimmsten Fall, ähm, gibt's dann halt, ich sag's wie es ist, einfach keine immensen Nachdruckwellen, sondern, weiß ich nicht, vielleicht mal ein, zwei und dann ist aber auch wieder Schluss. Und, ähm, das ist einfach so das Risiko, mit dem man da reingeht und leben muss. Also das heißt nicht, dass das jetzt für uns, ähm, die kompletten Bestseller sind, dass wir da auch irgendwie sagen so, ja geil, wir machen eine New Edition, easy money, easy money, ganz klar. Sondern es ist eher sowas, ähm, wieder, was ich vorhin erwähnt hatte mit diesem redaktionellen Anspruch, wo man sagt so, hey, wollen wir das nicht machen, weil einerseits, ähm, könnte es sich jetzt verkaufen und andererseits ist es aber auch einfach ein guter Titel. Also es gibt auch alte Titel, hinter denen stehen wir einfach nicht und da sagen wir auch ganz klar, es gibt keine New Edition, weil das wird sich heute einfach nicht mehr verkaufen oder der Auto ist scheiße geworden, wir machen das aus Gründen XY nicht, basta, egal wie gut sich das verkaufen wird. Und, ähm, zum Beispiel hier Kenshin oder solche Sachen. Ja, da, also kam auch immer mal wieder die Frage, nein, es wird einfach zu Kenshin von unserer Seite nichts mehr geben, fertig so. Ähm, und, ähm, deswegen ist das schon immer eine sehr individuelle Angelegenheit, ähm, die uns aber auch so ein bisschen ermöglicht wird, einfach dadurch, dass der Markt eben so gewachsen ist. Also heute hängt tatsächlich echt alles miteinander zusammen, aber dass wir sowas an der Backe haben wie Chainsaw Man, dankbarerweise, ähm, das erlaubt es uns natürlich, ähm, dass wir zum Beispiel auch durch diese immensen Einnahmen, die Chainsaw Man generiert, irgendwo an anderer Stelle sagen können, ja komm, hier lass mal so ein kleines nischiges Prestigeprojekt machen. Wir haben keine Ahnung, ob Promunculus gut läuft, aber Chainsaw Man fängt das ja ab. So, also lass uns doch einfach versuchen und wir wissen, die Leute da draußen haben Bock, wir selber haben redaktionsintern auch Bock, wir versuchen es einfach. Ja. Also ist es jetzt so, dass er jetzt wirklich sagt, okay, ihr könnt das damit natürlich dann crossfinanzieren, er hattet ja damals oder du hattest es damals auch in einem Interview gesagt, dass so viel, also Chainsaw Man läuft gut, aber du hast natürlich auch noch einen Mutterkonzern, wo du dann halt wirklich sagst, du musst halt bestimmte Abgaben wahrscheinlich dann auch machen, dass er dann auch sagt wirklich, okay, Chainsaw Man, ihr habt jetzt wirklich davon doch ein bisschen was behalten können und das setzt ihr jetzt für solche Aktionen dann halt ein. Also das ist dann Fakt bei euch. Genau, also es ist schon so, dass wir natürlich, also du kannst es nicht eins zu eins gegenrechnen und sagen, wir haben jetzt mit Chainsaw Man x Euro mehr verdient als mit dem Durchschnittsmanga, dieses Geld fließt eins zu eins irgendwo hin. Ja. Aber ich sag mal so, im Gesamtkalkulator, boah, ich kann schon gar nicht mehr reden, im Gesamtkalkulatorischen Kontext des Verlages, in dem wir uns bewegen, erlaubt uns der Erfolg von Chainsaw Man natürlich schon ein bisschen mehr Spielraum, das ist keine Frage. Also das Geld geht jetzt nicht einfach in die Taschen eines Kopenhagener Managers oder so, sondern es ist natürlich schon so, dass wir dann auch mehr Spielraum haben, wenn irgendwo gesehen wird, ah, mehr Umsatz und natürlich kommt ja dann auch Geld rein, was quasi über dem, sag ich mal, wie sag ich, dem angeschriebten Ergebnis steht und zumindest einen gewissen Teil davon, den kann man natürlich auch für gewisse Dinge verwenden. Und also ich will jetzt nicht zu tief in die BWVWL reingehen, sondern einfach nur quasi sagen, dass man mit so einem extrem erfolgreichen Titel, wie das ja auch zum Beispiel die Marktführer Carlsen und Crunchyroll haben, dass man damit dann auch mal ein bisschen experimentieren kann oder andere Sachen wagen. Und das tut ja beispielsweise Carlsen auch, die haben ja jetzt auch, sag ich mal, mit so Titeln aus dem eher Graphic-Noveligen Bereich nicht den gleichen Erfolg, den sie beispielsweise mit einem Naruto-Massivband einfahren oder so. Ja. Ich finde, sowas finde ich extrem spannend. Also ich finde so auch gerade, wenn man jetzt euch sieht, ihr habt ja auch das lustige Taschenbuch und so weiter, also der Egmont jetzt selber, dann oder Asterix und Obelix, hattest du ja gesagt. Ich frage mich immer, ob das immer noch so gut läuft und ob Manga nicht endlich schon das ganze Ding überholt hat und die ganze Generation, die Asterix und Obelix jetzt gelesen hat oder so, so langsam, ich sag jetzt nicht wegstirb, das hört sich so schlimm an, aber dass das so ein bisschen aus der Mode kommt und dass man dann sagt, Manga ist so das neue Ding. Genauso wie es im Comic-Bereich einfach ist, Comic ist einfach hart Nische, so Sandman oder die ganzen Batman-Sachen oder Marvel-Sachen. Ich finde immer, in letzter Zeit ist es Manga, Manga, Manga. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich in der Manga-Bubble unterwegs bin. Aber ich finde so ein bisschen, dass das läuft gerade dadurch, dass jetzt so ein Hype kommt, das läuft gerade alles weg und da hoffe ich doch, dass man da vielleicht dann auch die Besinnung kriegt und merkt, okay, vielleicht das lustige Taschenbuch, klar, das ist so Mickey Mouse und so weiter, dass man da vielleicht dann nochmal sagt, okay, ich kriege jetzt da nochmal mehr Möglichkeiten. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine selektive Wahrnehmung deinerseits, weil klar, wir beide bewegen uns sehr spezifisch in der Manga-Bubble. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass so Sachen wie das lustige Taschenbuch. Also der Magazinmarkt ist glaube ich echt mittlerweile, also jetzt nicht bei Eggman, sondern insgesamt bricht der Magazinmarkt so ein bisschen ein. Magazine sind einfach nicht mehr der heiße Scheiß, sage ich mal. Und vielleicht sind die Zeiten auch ein bisschen vorbei, wo man unbedingt von Mama die Bravo oder die Mickey Mouse an der Supermarktkasse haben wollte. I don't know. Aber gerade das lustige Taschenbuch und auch solche Dinge wie Asterix sind insane, wie die sich verkaufen. Also da muss man auch ganz klar sagen, dass ja, also von dem Asterix-Verkaufsstart könnten wir im Manga-Business nur träumen. Also man unterschätzt glaube ich echt, wie viele Leute, vielleicht auch aus Nostalgie, I don't know, aber wie viele Leute das lesen. Und das wird sich glaube ich so schnell nicht ändern. Ich glaube aber schon, dass die Entwicklung der letzten drei Jahre, in denen der Manga-Markt einfach immer weiter zugelegt hat und in denen Eggman einfach in allen drei Jahren weit über dem Durchschnitt des Marktwachstums gewachsen ist. Ich glaube schon, dass das auch bei der Obrigkeit ankommt, nenne ich es mal. Und ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren da vielleicht auch abseits der Lizenzen ein bisschen mehr Spielraum bekommen könnten. Ja, also da bin ich auch gespannt. Also im Chat wurden jetzt gerade noch ein paar Sachen genannt, unter anderem zu Buzzer Chronicles oder Oh My Goddess oder sowas, dass sowas in die Richtung Potenzial hätte, von unserer Bubble-Sicht vielleicht so eine New Edition zu werden. Das ist ja dann auch immer kalkulatorisches Risiko, wie ihr das immer so seht. Aber da bin ich auch mal gespannt, was da auch noch in die Richtung kommt. Ihr habt es jetzt auch öfters gemacht. Das wurde auch gerade schon angesprochen, hier solche Dinger habt ihr einfach mal rausgebracht. Gorenga kam jetzt, ich weiß gar nicht, spricht man das Gorenga aus? Ich sage tatsächlich immer, ich meet Santa Gorenger. Oder Gorenger, okay. Ich müsste die Katakana sehen, aber wahrscheinlich, warte, ich gucke mal nach. Aber ja, es spricht euch weiter, spricht euch weiter. Ja, genau, aber sowas auch, genauso wie Mermaid Saga, dass ihr sowas dann halt auch hier habt und das ist da auch in die Richtung Hardcover, dann habt ihr auch so eine Mystery Collection rausgebracht, das ist auch wieder Hardcover, dass ihr in die Richtung auch noch weitergeht und dann auch wahrscheinlich da dann sagt, okay, wir bringen jetzt auch noch ein paar Sachen raus, die dann auch in die Richtung Hardcover sind. Wobei, ich weiß gar nicht, ist es aus dem jetzigen Programm, sind da, wobei Mermaid Saga ist da ja auch, glaube ich, mit bei, dass da noch mehr Hardcover angedacht sind? Wahrscheinlich schon, ne? Das ist so eine rhetorische Frage, die könnte ich mir eigentlich selbst beantworten. Ich müsste, ich müsste mal ganz tief in mich gehen, aber ich glaube schon. Also wir haben ja relativ viele Hardcover mittlerweile. Das heißt übrigens, ich habe gerade nachgeguckt, das ist Gorenger. Oh, okay. Ups. Nicht so schlimm. Aber im Prinzip schlägt es in die gleiche Kerbe wie die, wie die New Editions. Also wir suchen halt bei sehr vielen Titeln das, die perfekte Produktform. Und wir haben einfach gemerkt, der Markt für Hardcover-Manga ist da. Es gibt viele Leute, die finden das ein bisschen scheiße und sagen, hey, Manga ist für mich so ein Softcover-Heft. Ich will, ich will auch gar nichts so Fettes. Die sind schwer zu lesen. Und dann gibt es andere Leute, die sagen halt so, ey, ich finde das mega geil. Ich habe das richtig gerne im Regal stehen. Das sieht richtig edel aus. Bitte mehr davon. Weißt du, man kann es leider nie allen recht machen. Und wir versuchen da so eine gekonnte Mischung hinzulegen, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, die Homunculus New Edition, das wird ja ein ganz normales Softcover werden. So, gleichzeitig haben wir aber so Sachen wie zum Beispiel Mermaid Saga, was wir, weil es auch nur vier Originalbände sind, easy in einen dicken Hardcover-Band packen können. Und was ja auch thematisch relativ gut passt, weil es zum Beispiel, also wenn man sich jetzt so das Gesamtwerk von Rumiko Takahashi anschaut, der Zeichnerin, sieht man auch, dass Ranma ist halt so ein bisschen eine quatschig, klamaukige, coole Serie. Da passt ein Softcover sehr gut dazu. So ein knallbuntes Softcover. Rumiko Takahashi Mermaid Saga ist allerdings viel düsterer, geht schon fast in eine horrorhafte Richtung und ist einfach eher für ein Erwachsenespublikum gedacht. Und da passt dann auch gleich wieder ein Hardcover besser zusammen mit der Bandzahl eben. Das heißt, da haben wir uns dann einfach entschieden, ja geil, das wäre doch eine schöne Möglichkeit, hier zum Beispiel einen Hardcover-Titel draus zu machen. Genauso wie halt bei Otsuichi, weil Otsuichi auch, es sind vier Einzelbände, das wäre quatschig, die nochmal als Softcover draus zu bringen. Die existieren schon als Softcover und ich glaube, selbst auf Medimops oder so oder auf Ebay wären die jetzt nicht so mega teuer. Also ich glaube, das sind keine ultimativ raren Sammlerstücke, sondern man hat einfach gesagt, hey, lass uns die doch einfach nochmal in Großformat und in Edel rausbringen in einem schicken Hardcover. Und das sind dann eben so die Entscheidungen, die da getroffen werden. Gleichzeitig hast du Ranma New Edition und die Homunculus New Edition im Softcover. Ja, mal gucken, wo es dann halt noch rauskommt. Wie ist es denn so, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt hier die ganze Auflistung. Ich glaube, ihr bringt jetzt oder ihr hattet angekündigt, davon sind ja auch schon ein paar Sachen. Da ist ja schon was draus. Ich glaube, es noch nicht, ich glaube, ihr habt damit noch nicht angefangen mit dem Frühjahrsprogramm. Auf jeden Fall 22 neue Ankündigungen sozusagen. Da ist wild gemixt, da sind viele Lizenzen mit dabei, eine Action-Lizenz, sieben-Boys-Love-Lizenz und so weiter. Das ist wild gemixt, wo du jetzt sagst, okay, da ist natürlich auch Goodbye Eri mit dabei. Wo sagst du denn, was ist noch so ein Highlight, wo du sagst, okay, das fändest du jetzt auch mega geil. Zum Beispiel Nichijou dachte ich mir jetzt so, WTF, was kündigt ihr da eigentlich an gerade? Das würde ja wieder kein Mensch bringen. Das ist ja auch vom Humor extrem speziell. Ja, was ist so da, wo du jetzt auch noch sagst, okay, neben Eri, das ist so auch so dein Highlight irgendwie? Also du wirst die Antwort wahrscheinlich ein bisschen enttäuschend finden, weil wir gerade schon drüber gesprochen haben, aber aus der gleichen Lizenzankündigung oder Programmankündigung stammt auch Homunculus und ich habe lange quasi gemeckert in den Redaktionssitzungen, bis wir uns zu Homunculus durchgedrungen haben. Es standen auch noch ein paar andere Kandidaten im Raum und die Wahl fiel letzten Endes auf Homunculus und da war ich einfach sehr froh drüber, weil das, wie gesagt, eine Lizenz ist, die ich sehr gefeiert habe früher. Deswegen wäre das für mich auch so eigentlich die Highlight-Lizenz aus diesem Programm und ich habe auch jetzt jüngst die Betreuung des ersten Bandes abgeschlossen und ich glaube, das wird eine richtig coole, runde Sache. Also es hat einfach genauso viel Spaß gemacht, wie beim ersten Mal Lesen. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich. Ansonsten muss ich immer ein bisschen überlegen, was wir generell in den einzelnen Programmen drin haben, weil wir sind natürlich in Sachen Lizenzen und Vorbereitung sind wir ja eigentlich schon im nächsten Programm. Also das heißt, wenn Leserinnen und Leser gerade sich irgendwie die Februartitel kaufen, überlegen wir schon, was irgendwie im August geht. Und deswegen ist man da im Kopf immer ein bisschen voraus und viele der Lizenzen, an denen ich gerade arbeite oder in irgendeiner Form sitze, die sind natürlich noch gar nicht angekündigt. Das heißt, dazu wird es erst im März kommen. Ich glaube, im März gehen bei uns die Programmankündigungen wieder los. Das ist ja auch schon nächsten Monat. Alter Schwede. Boah, wie die Zeit fliegt. Eigentlich ist es schon fast 2024. 20 ist sick. Und ja, also es ist auf jeden Fall, und da sage ich auch schon mal, es steht durch einiges im Alter, Schwede. Da habe ich auch richtig, da habe ich richtig feine Sachen dabei, ich sage es euch. Aber nochmal kurz zurück zum aktuellen Programm. Bei uns ist halt ein bisschen das Ding, dass das aktuelle Programm ein bisschen unter einem ganz besonderen Stern steht und dieser heißt abermals Chainsaw Man, weil ja ganz lange nicht klar war, wie es mit Part 2 weitergeht. Also wir waren als Lizenznehmer super lange, auch im Dunkeln und wussten gar nicht, ab wann geht es weiter, wie geht es weiter. Also zum Beispiel Monats, Wochenmagazin, was auch immer. Es hat sich durch die Anime-Lizenzierung irgendwas verändert. Geht es 2023 weiter, geht es 2024 weiter, jetzt ging es schon 2022 weiter. Also all solche Dinge. Und wir wurden sehr, sehr lange im Dunkeln gelassen. Und dann hat sich ja in allerletzter Minute quasi herausgestellt, dass wir schon viel früher damit weitermachen können, also mit Band 12, als wir das erwartet hätten. Und das war für uns natürlich ein absoluter Segen, denn der Chainsaw Man Hype ist immer noch sehr real. Und ich meine, der Anime kam sehr gut an. Und das heißt, es ist für uns natürlich besser, zeitnah damit wieder ins Rennen gehen zu können. Das heißt, auch auf unserer neuen Händler-Vorschau zum Beispiel, es ist alles Chainsaw Man gebrandet, weil wir natürlich quasi direkt damit weitermachen. Es ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass ein zwölfter Band von irgendwas irgendwie das Cover einer Händler-Vorschau bekommt. Normalerweise packst du da coole neue Lizenzen drauf. Vielleicht wäre da sowas wie Nichicho zum Beispiel drauf gelandet, worauf ich mich auch mega freue, weil ich die Serie als Schüler sehr abgefeiert habe. Aber ja, es steht eben alles unter diesem ominösen, unter dem Stern dieses ominösen zweiten Teils, der auch so klar abgegrenzt wurde vom Lizenzgeber, dass man da wirklich nochmal ein neues Fass aufgemacht hat, anstatt die Serie jetzt einfach weiterlaufen zu lassen. Ja. Kann man denn da schon absehen, wie viele Bände so der zweite Part bekommt? Ist das irgendwie schon, kann man das jetzt schon sagen oder? Also vor kurzem kam ja jetzt der 13. Band in Japan raus und ich würde schätzen, also wir wissen es selber nicht, so viel sage ich ganz ehrlich vorweg, aber ich würde schätzen, dass es eine ähnliche Länge haben wird. Also vielleicht 22 Bände, keine Ahnung, ist aber auch nur gemutmaßt. Vielleicht sind es auch nur 18. Ich bleibe gespannt, weil die Story bisher, sie hält mich auf jeden Fall bei der Stange. Es ist wahnsinnig spannend, es ist lustig, es ist abgedreht. Genau das, was die Leute von Chainsaw Man erwarten. Und ich kenne ja japanische Lizenzgeber. Ich meine, schauen wir uns von Peace an oder den berüchtigten Detektiv Conan, der nie erwachsen werden will. Ähm, also wenn Lizenzen geil laufen und der Autor ein bisschen mitmacht, dann laufen die Dinge auch relativ lange. Ähm, also warten wir es einfach mal ab. Wir sind auf jeden Fall noch genauso unwissend wie ihr alle. Ja. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder einen Schuber daraus geben. Ich, ich, also es ist natürlich noch nichts offiziell geplant, weil wir auch die Gesamtlänge noch nicht wissen. Aber ich behaupte mal, selten habe ich mit so viel Zuversicht, ähm, einen Schuber angekündigt. Also ich glaube, ja, da wird ein Schuber kommen. Wie ist das denn gewesen eigentlich bei dem allerersten Schuber, äh, von dem Layouting? Also, äh, er ist ja jetzt sehr speziell. Also für viele sagen, okay, das ist das beste Ding, was ich jetzt im Regal stehen habe vom Layout her. Ähm, ich habe das Ding jetzt in anderen Ländern so noch nicht gesehen. Jetzt würde ich natürlich, ich ist nur halbwissen, ist das nur Deutschland exklusiv, so wie der gerade aussieht? Also habt ihr das selbst gelayoutet und alles und abgesegnet bekommen? War das ein Kampf oder wie lief das da so ab? Es war glücklicherweise vor der Anime, äh, vor dem Anime-Release. Seit der Anime released wurde, ist die Lizenzgeber-Situation sehr viel angespannter tatsächlich. Ähm, aber damals, als wir den Schuber gemacht haben und approved haben oder approven lassen haben, ähm, war alles noch etwas unkompliziert. Es war nicht komplett unkompliziert, aber es war deutlich unkomplizierter, als es heute der Fall ist. Und wir haben dieses Layout, ähm, ja, selbst gemacht. Also wir haben uns einfach, ähm, quasi, ja, das Bildmaterial angeschaut, womit wir arbeiten konnten. Also es waren, ähm, namentlich, äh, die für Chainsaw Man verantwortliche Grafikerin Laura Bartels und ich. Und wir haben uns hingesetzt, ähm, beziehungsweise wir haben sehr viel miteinander telefoniert und, ähm, gesagt, ja, aber könnten wir nicht das und das so machen? Pass mal auf, ich schicke dir mal hier ein Bild zu. Ja, lass doch mal so machen. Ja, nee, schieb das mal. Weißt du was, wir könnten, oh, lass doch mal so einzelne Seiten so semi-transparent im Hintergrund. Und ja, keine Ahnung, ich hab mal so eine Chainsaw Man Illu auf einer japanischen Seite gesehen, da hatten die so bunte Blutkleckse. Das hat voll gut zu Chainsaw Man gepasst, weil der so abgefahren ist und die Cover so bunt. Und ja, keine Ahnung, weißt du, man hat sich so das zusammen ein bisschen erarbeitet und irgendwann sind wir bei dem aktuellen Design angekommen und, ähm, das ist Deutschland exklusiv. Dann hab ich tatsächlich noch irgendwann gesagt, so, hä, ist ein bisschen langweilig, dass wir innen nichts haben. Und, ähm, hab mich ein bisschen geärgert, dass der Schuber innen so langweilig aussieht. Und dann dachte ich mir so, guck mal, was haben wir denn noch an Illus, jetzt innen nochmal das Gleiche reinzumachen, das ist ja auch total lame. Ähm, dann hab ich so geguckt und geguckt und dachte mir so, ey, ja, stimmt ja. Jeder Band hat so, also im japanischen Original, hat jeder Band so kleine Pochita-Illus. Also dieser, dieser kleine Kettensägenhund. Und ich dachte mir, kann man mit dem nicht eine lustige Tapete machen? Und ich hab das der Grafikerin geschrieben und die meinte so, Alter, das ist ja die geilste Idee überhaupt. Oh, und wie machen die so knallpink mit so Pantone-Farbe, damit die richtig so neonmäßig ballert. Und genau so kam's dann auch. Und ja, die Leute haben das, äh, glaube ich, sehr dankend angenommen. Also die meisten zumindest, von denen ich's gehört hab, die waren sehr begeistert, ähm, und mochten auch das Design. Und, ähm, auch der japanische Lizenzgeber hat sich sehr, sehr positiv, äh, dem Design gegenüber geäußert. Ja. Dass man das jetzt vielleicht übernehmen würde auf die anderen Lizenzen oder sowas, würde das rein theoretisch funktionieren? Wobei, jetzt wird's wahrscheinlich eh nicht mehr gehen, weil's schon in Englisch, Französisch und so weiter wahrscheinlich schon da ist. Ähm, deshalb ergibt sich wahrscheinlich auch diese Frage, also. Naja, ich sag mal so, also, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen immer so eine Prestigesache. Und viele Leute wollen halt auch einfach ihr eigenes Ding machen. Ja. Also, ähm, die, klar, wenn jetzt, äh, Shueisha sagen würde, ja, wir zwingen euch den auf, dann bleibt den Leuten ja eh nichts anderes übrig, außer kein Schuber zu machen. Aber ansonsten denken sich natürlich auch viele, ja, aber ich will, ich will doch, will doch mein eigenes Ding machen. Ich will mich doch auch verewigen als Schuber-Kreateur. So, und, ähm, darf ich mal ganz kurz, ich, äh, es gibt nur so eine Frage, die mir auf den, ich hab's nämlich in deinem Chat gelesen, es gibt sowas, was mir auf der Zunge brennt, es hat nämlich jemand gefragt, hör, es wird dann auch nur ein Schuber gedruckt. Nein, Mann, es wird nicht nur ein Schuber gedruckt, aber hier fragt jemand, Marco, wie kam es zu der geringen Menge beim Leerschuber? Und, äh, da würde ich auch nochmal gerne kurz drauf eingehen, weil das, ähm, weil es mir auch so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, ähm, diese, diese Behauptung einer geringen Menge. Also, es war ein fünfstelliger, es war ein Schuberproduktion in, in Deutschland extrem viel ist, ähm, also fünfstellige Schuber, äh, Zahlen werden eigentlich selten produziert, so groß ist der Manga-Markt dann auch nicht, ähm, und, ähm, der Leerschuber war etwas, womit wir Geld komplett verbrannt haben. Also, jeder Leerschuber, den wir verkauft haben, hat uns Geld gekostet in der Kalkulation. Das war ein Ding quasi zum Release des Schubers und es war hoffentlich auch eine Lektion für alle Leute, die sich dachten, das Ding gibt's bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu kaufen, ähm, und, ja, also, das, das ist ein, ist, also, ich verstehe, dass es unglücklich war, dass sehr viele das bei Amazon vorbestellt haben, ähm, das war damals, glaube ich, auch vielen ein Dorn im Auge, ähm, dazu müsst ihr wissen, Amazon lässt euch vorbestellen, so viel ihr wollt. Also, Amazon weiß noch gar nicht, wie viele Produkte die bekommen, lassen aber unendliche Vorbestellungen zu. Das heißt, ihr habt absolut keine Garantie aufs Produkt bei Amazon. Wenn ihr eine Produktgarantie haben wollt, dann, sorry für die schamlose Eigenwerbung, dann bestellt lieber im Egmont-Shop, weil da haben alle ihre Leerschuber bekommen. Und, ja, es waren, auf jeden Fall, es war eine größere, äh, größere Anfrage beim Leerschuber, als wir erwartet hätten. Ähm, es war allerdings auch unser erster Leerschuber seit Jahrzehnten, glaube ich, ähm, und, ähm, da ist man natürlich vielleicht etwas vorsichtiger, aber von einer geringen Menge kann echt beim besten Willen keine Rede sein. Eine Nachproduktion wird's allerdings auch nicht geben, weil wir eben, wie gesagt, mit leeren Schubern Geld verbrennen. Und das ist schwer zu verargumentieren gegenüber dem Management. Ja. Oder ihr macht's so wie Panini und macht so, Swamp-Sing kostet der Schuber, glaube ich, 30 Euro nur das Ding, das ist halt die Hölle einfach. Ja, das ist halt auch, assi, wir haben natürlich auch drüber geredet, sollen wir das Ding nachdrucken und dann absolut lächerliche Preise dafür verlangen, ne? So, das ist, wie gesagt, vorhin diese, diese Entscheidung, ähm, von der ich sprach, ähm, die man einfach treffen muss als Verlag. Ähm, ja. Hier sagt's aber auch nochmal jemand, der gute, der gute Cons, ähm, bei meinem lokalen Manga-Laden vier Schuber im Regal zum Release, also, ähm, guckt auch immer, also verlasst euch nicht nur auf Online-Shopping. Klar, wenn ihr jetzt in einem kleinen 50-Seelen-Dorf wohnt, ist immer ein bisschen schwierig, aber verlasst euch gerade vielleicht, wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt oder in einer Stadt mit einem Comic-Laden nicht nur, ähm, nicht nur, ähm, auf, auf den Online-Handel. Ja. Ja, mittlerweile sind ja die Informationsquellen, ich sag's auch immer wieder bei manchen Sachen, die Informationsquellen alle da. Wir haben halt Manga-Passion, wir haben ganz viele Influencer, die dann halt sowas dann auch publik machen, dass man dann da irgendwie die Info nicht bekommt, dass Chainsaw Man jetzt den Schuber hat oder dass da vielleicht, äh, eine geringere Auswahl hat oder sowas ist ja auch für die Zukunft. Das sollte den Leuten jetzt so mittlerweile bekannt sein. Aber das, ich merk's immer noch bei manchen Sachen, dann, dann merkt man's immer noch nicht. Also das ist halt so, das ist halt das Schwierige. Ich glaube, da kann man's auch teilweise dann manchen Leuten ist dann auch nicht recht machen in dem Sinne, ähm, weil man das dann machen, ich hatte zum Beispiel zwei Chainsaw Man Schuber, einen hab ich verlost, ähm, zum Beispiel, äh, weil ich den auch dann halt vorbestellt hatte bei meinem lokalen Laden, weil ich dann weiß, da bekomm ich den und so weiter und dann hatte ich den, glaub ich, ich weiß nicht mehr, wo ich den zweiten hab. Aber so in die Richtung, also man kann's verstehen, also das sagen ja auch die anderen Verlager, das mit den Schubern ist halt auch immer so ne Sache, ähm, sieht man ja auch bei Carlsen mit den One-Piece-Sachen, was die da gerade für ein Drama haben, wegen der Größe und so weiter und so fort. Aber, ja, ich bin gespannt. Ähm, jetzt ist mir die, ne, doch, die Frage, ne, immer noch, also wir haben so drei letzte Sachen und dann, äh, ist der Abschluss. Schaut ihr mit, also, das ist eigentlich immer so die Frage, die ich eigentlich immer schon mal auch gestellt habe, ist euer Blick auf die Lizenzen immer noch der gleiche? Also schaut ihr, nehmt ihr unterschiedliche, ähm, ja, welche unterschiedlichen Medien nehmt ihr? Geht ihr auf MyAnimeList, guckt ihr noch mal nach, äh, wie da die Bewertung ist? Du hast gesagt, du recherchierst. Natürlich, äh, auf dem japanischen Markt, äh, guckst dann halt da direkt mal. Wie ist, hat sich das jetzt über die Zeit dann noch, nochmal verändert? Oder wie ist da so der Prozess, dass die Leute dann nochmal einen Einblick kriegen, wie das, wie man so eine Lizenz, ähm, sich holt? Also, genau, also man muss dazu sagen, ähm, ein ganz großer Teil findet auch dadurch statt, dass uns die japanischen Lizenzgeber Dinge explizit schicken. Ähm, also dann kriegt man regelmäßig, ähm, Kataloge von den Lizenzgebern mit Lizenzen, die potenziell verfügbar sind. Ähm, und die kann man sich dann durchgucken und sagen, boah, das interessiert mich. Und dann fragst du beim japanischen Lizenzgeber eine Leseprobe an. Oder vielleicht auch einfach die ersten ein, zwei, drei Bände, keine Ahnung. Kannst dir eigentlich beliebige, beliebig viele Dinge schicken lassen. Und sagst einfach, diese Lizenz interessiert uns als Verlag, gib doch mal was her. Und ich muss sagen, das hat sich für mich in den letzten Jahren eigentlich wenig geändert. Ich bin relativ viel auf Social Media aktiv für, ich sag mal, für mein Alter. Ähm, und, ähm, und sehe dann zum Beispiel auf Twitter oder so, sehe ich, dass, ähm, dass irgendwelche Lizenzen abgefeiert werden, die ich mir dann mal angucke. Dann, ähm, ich hab teilweise schon richtig geile Lizenzen gefunden, indem ich, ähm, indem ich auf Amazon Japan irgendwas bestellt hab. Ähm, also quasi ein Manga, den wir uns angucken wollten. Und dann haben die aber so, ja, andere User haben auch das gekauft. Und da unten sind irgendwelche total interessanten Cover. Und ich guck das so an und denk mir so, äh, das sieht ja mega geil aus. Äh, was ist das denn? Ja, guck ich mir mal an. Und klick da drauf und das sieht mega nice aus. Dann guck ich mir die Leseprobe an. Hast du auch immer eine kurze Amazon-Leseprobe. Guck ich mir die an. Äh, es liest sich auch richtig geil. Okay, Warenkorb. Und dann packt man das Ding sofort mit dazu und hat dann plötzlich aus einer Lizenz sind halt dann irgendwie drei geworden, die man auscheckt. Und also das ist oft auch wirklich sehr zufallsbedingt. Ich hab, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Noah of the Blood Sea, die hab ich damals entdeckt, als, ähm, ich, ähm, verzweifelt auf der Suche, wir haben doch was aus dem Genre Horror gesucht, auf der Suche nach, nach Horror-Titeln war und ich bin einfach bei, ähm, Gott, wie heißt das? Manga-Updates, Baka, Baka-Manga-Updates, keine Ahnung. Ähm, hab ich einfach eingegeben, hey, zeig mir mal alle Horror-Titel, die, weiß ich nicht, 2020 erschienen sind oder so und eine gute Bewertung haben oder so. Und hab mich da so ein bisschen durchgescrollt und hab einfach erst mal geguckt, was sieht denn da ungefähr interessant aus. So, und dann kannst du es dir immer noch mehr im Detail angucken. Und so bin ich zum Beispiel auf Noah of the Blood Sea gestoßen. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, das sieht geil aus. Ähm, und haben dann was vom Lizenzgeber bestellt. Das hat uns auch gefallen. Und dann bietet man halt die Lizenz an. Ja. Da wusstest du jetzt gerade, sagst, es kam jetzt gerade, also, das ist auf jeden Fall interessant. Also, das ist halt immer so eine Sache, wie das einem zufliegt. Also, da haben wir ja auch so die Transparenz gar nicht, wo man dann sagt, okay, ihr nehmt jetzt genau diese Wege. Aber wo du jetzt auch das Thema Horror nochmal in den Mund genommen hast, ähm, das wurde jetzt auch schon öfters noch gefragt im Chat, ähm, wie kann das eigentlich sein, dass der E-Manga zu Starving Anonymous ähnlich kostet wie der physische Manga? Gibt's da, also, das sind ja unterschiedliche Lizenzen, die werden ja wahrscheinlich unterschiedlich angefragt, oder ist das ein komplettes Paket, was man anfragt? Wie, wie kann sowas passieren? Und glaubst du dann, dass das überhaupt funktioniert, dass man sich den dann überhaupt digital holen würde? Ähm, also, dass er exakt gleich viel kostet, ist sehr ungewöhnlich in der Tat. Ähm, das wäre mir jetzt persönlich auch neu. Ähm, also, ich meine, du hast das wahrscheinlich nachgecheckt, oder hast es irgendwo im Chat gelesen? Nee, ich hab das im Chat, das ist jetzt gelesen. Ah, okay. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hab nicht alle E-Manga-Preise im Kopf, aber dass es gleich viel kostet, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ähm, ich kann mal, kann mal das kurz irgendwie nebenbei gucken, aber ich, äh, sonst spreche ich das vielleicht morgen mal an, weil das würde mich persönlich auch interessieren, denn üblicherweise kosten die natürlich ein bisschen weniger. Ich hab mich früher gewundert, als ich, ähm, als ich ein junger, ein junger, agiler Spring ins Feld war, hab ich mich gewundert, warum die, ähm, warum die Dinger so wenig billiger sind. Ähm, das liegt aber daran, dass eigentlich wirklich nur ein, ja, marginaler Teil der Kosten, ähm, beim Druck entsteht. Super viel wird halt bedingt durch Übersetzung, Lektorat, Korrektorat, mein Gehalt, all solche Dinge muss bezahlt werden. Und das Drucken ist dann so der Tropfen auf dem heißen Stein, deswegen geht's dann immer leider nicht viel billiger. Aber dass der genau gleich viel kostet, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, ja, das, das will ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das sollte meiner Meinung nach nicht so sein. Ähm, es kann halt höchstens immer noch mit den Lizenzverträgen zu tun haben, denn tatsächlich ist es so, dass, äh, in den meisten Fällen die E-Book-Lizenz gesondert angefragt werden muss. Deswegen gab's ja auch lange bei, ähm, Square Enix keine E-Books, weil, ähm, Square Enix einfach die, die E-Book-Lizenz nicht rausgedrückt hat und gesagt, nee, sorry, machen wir nicht. Ähm, Verzeihung. Ähm, und, ähm, dann gab's halt einfach voll lange kein E-Books. Und die Leute immer so, ach, wann kommen denn mal Square Enix E-Books? Ähm, aber wir konnten halt, ähm, ähm, äh, quasi, wir mussten auf die Verträge warten. Ähm, ähm, das ist wirklich komisch Ki-Ki-Ki-Ki 2002. Ähm, ja, ich, ich guck das morgen mal an. Also, 6,9, von 8 auf 6,99 klingt zwar immer noch nicht mega krass viel billiger, aber es klingt schon mal besser. Aber, ja, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Tatsache ist auf jeden Fall, dass da immer noch mal in sehr vielen Fällen extra Verträge geschlossen werden müssen. Das heißt, kann natürlich irgendeine ganz obskure Vertragsklausel sein, wie, der muss so und so viel kosten. Der muss bei Starving Anonymous genauso viel kosten wie das Print-Produkt, weil der Lizenzgeber das so möchte. Das wäre aber sehr kurios. Ja. Ja. Kannst du mal in Ruhe auf jeden Fall nachschauen. Also, das ist jetzt nochmal ein Thema für was anderes. Ähm, vielleicht, dass da ein Fehler unterlaufen ist. Vielleicht auch bei Amazon. Vielleicht ist es auch woanders anders. Aber müsste man mal schauen. Hier aber jetzt noch die Sache. Ja. Marco, worauf dürfen wir uns eigentlich in Zukunft bei euch noch freuen? Das ist so alles. Hau alles raus. Komm. Also, ich fange mal klein. Was heißt klein? Ich fange aber mal zumindest mit einem zeitlich nahen Thema an. Erstens dürft ihr euch freuen auf unseren Jovan Todes-Stream, wo wir uns über ein neues, sehr, sehr geiles Projekt unterhalten werden. Da bitte ich euch alle zuzuschauen und dann auch später das Projekt zu supporten. Denn sowas hat der deutsche Mangamarkt wirklich noch nicht gesehen. Ich schwöre es euch. Ähm, dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir natürlich in sehr naher Zukunft, nämlich schon ab nächsten Monat, wenn ich das richtig im Kopf habe, neue Lizenzen ankündigen werden. Und neue Lizenzen sind bei uns sowieso natürlich immer gut, weil Egmont Manga. Ähm, nein, Quatsch. Aber ich sag mal so, dass das neue Programm ist schon sehr geil geworden auch wieder. Also, da sind ein paar Lizenzen dabei, die mich persönlich abholen. Und, ähm, auch eine, also falls ihr jetzt meinen eigenen Manga-Geschmack mittlerweile so ein bisschen kennt, ist auf jeden Fall eine Lizenz dabei, wo die Leute auch mal wieder gesagt haben, Marco, ey, wenn du nicht aufhörst, so einen Quatsch vorzuschlagen, dann kündige ich. Und, ähm, ich hab einfach nicht aufgehört, so einen Quatsch vorzuschlagen. Deswegen ist auch, äh, in der nächsten, ähm, in der nächsten Lizenzankündigung ganz wundervoller Marco-Quatsch dabei. Ähm, und, ähm, ja, ich, also es ist auch eine Lizenz, von der ich nicht erwartet hätte, dass sie jemals nach Deutschland kommt. Aber, äh, freut euch einfach. Ist das Edgy? Edgy? Nee, ich sag nix dazu heute. Okay. Sorry. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, einige Leute werden sich freuen. Ähm, und das wird schon, wie gesagt, ab nächsten Monat losgehen. Und auch in Leipzig werden wir euch natürlich dann, ähm, mit, ähm, den aktuellen und neuen Lizenzen erfreuen. Das heißt, besucht uns auch super gerne in Leipzig. Und wenn wir es etwas diffuser formulieren möchten, ähm, dann würde ich sagen, freut euch einfach auf dieses und auch das nächste Jahr. Denn wir haben tatsächlich noch so ein paar unangekündigte Projekte und Lizenzen in der Pipeline. Und ich glaube, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dass unsere aktuelle redaktionelle Zusammensetzung richtig gut ist und dass wir ein gutes Händchen für Titel haben. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen in den letzten Jahren mitverfolgt hat, hat man auch gemerkt, dass Egmont Manga lizenzentechnisch so einen kleinen Wandel hingelegt hat oder sich breiter aufgestellt hat, vielleicht besser aufgestellt hat. Das ist bestimmt subjektiv, aber anders aufgestellt hat. Und, ähm, wenn ihr mehr davon wollt, dann, ähm, freut euch einfach auf die nahe Zukunft. Ja. Da wird gerade schon geschrieben, eine Eden-Re-Edition. Nein, das dürft ihr nicht bringen. Ich habe noch die alte, deshalb ist das, macht das nicht. Wieso ist das, ist das deine Altersvorsorge oder was? Ja, das ist einfach, das dürft ihr nicht. Nein, äh, Gatekeeping. Ah, Gatekeeping auch noch. Gatekeeping in der Manga-Community. Nee, ich bin da auch gespannt. Also, sorry, ich habe dich ja jetzt unterbrochen. Hast du noch, äh, du hast bestimmt, nee, bist schon. Nee, das war mein Wort zum Freitag. Also, ich meine, ich kann, das Ding ist, du hast jetzt bestimmt, äh, äh, gewünscht, dass ich noch geheime, weiß nicht, Buchstabenrätsel dir aufgebe, die dich neue Intenzen erraten lassen. Immer. Ähm, aber das kann ich natürlich nicht tun. Ähm, ich glaube einfach, dass, ähm, schon allein die nächsten Monate, also das ist einfach das Coole. Ich glaube, wir haben jetzt einfach so ein Grundrauschen der Geilheit. Ähm, und zwar klingt auch außerhalb des Kontextes wahrscheinlich ein bisschen verwerflich. Aber du weißt, was ich meine. Also, bei uns geht's ja jetzt schon, ähm, im April, also jetzt waren zum Beispiel die Fujimoto-Short-Stories, dann kommt irgendwie Goodbye, Eddie, dann kommt schon Chainsaw Man 12, dann ist die LBM, dann kommt Daniel Eichinger ist Jovan Tore, so, dann kommen die neuen Lizenzen, über die ich gerade noch nicht sprechen darf. Ähm, und, also, weißt du, es ist so, es kommt super viel Zeug, ähm, und ich glaube aber über die Sachen in sehr nahe Zukunft, ach so, eine Sache soll die vielleicht noch erwähnen, ähm, zu Chainsaw Man 12. Ähm, das ist wirklich was, worauf ihr euch freuen könnt. Da bin ich nämlich auch gefühlt schon seit drei Monaten nur noch in Lizenzgeberverhandlungen und Mails schreiben, in denen ich genau erkläre, was ich warum machen will. Ähm, die, ähm, die Limited Edition von Band 12 von Chainsaw Man. Also, es wird eine Limited Edition geben, ähm, bestellt ihr auch gerne im Egmont-Shop vor, ähm, weiß nicht, ob ich sagen soll, bestellt sie auch bei Amazon vor. Ich glaube, es werden diesmal, ne, es werden mehr gedruckt als vom Schuber auf jeden Fall. Aber wenn ihr wirklich safe sein wollt, bestellt natürlich im, im Egmont-Shop. Und ich glaube, die wird ziemlich cool, ehrlich gesagt, weil auch der Band allein schon ziemlich cool wird und man hat einen tollen Mehrwert. Und, ähm, genau, das ist auf jeden Fall was, worauf sich wahrscheinlich der Chainsaw Man lesende Teil der Manga-Belegschaft demnächst, ähm, ganz besonders freundlich. Ja, aber dass ihr so einen Umschlag bringt, wie bei Band 1, wahrscheinlich dann eher... Es ist nicht das gleiche extra, es tut mir leid. Ihr müsst einfach, wenn ihr, wenn ihr das nochmal wollt, dann müsst ihr einfach den Band 1 Umschlag nochmal um den Band 12 machen. Aber es ist, es sind auf jeden Fall, es sind Dinge dabei. Solange, solange die nicht irgendwie so das Cover kaputt drücken, aus Versehen, so wie man das von anderen Verlagen manchmal kennt. Ey, ich hab, ich wollte es gerade sagen, ich hab so, ich hab so viel, ähm, Gehirnschmalz. Ich weiß, es ist nicht viel Schmalz da, aber ich hab den vorhandenen Gehirnschmalz in, ähm, in quasi diese Problematik investiert und versucht, die Extras genau so zu planen, dass dem Manga einfach überhaupt nichts passieren kann. Kein Scheiß. Weil ich das selber nicht nur schon erlebt hab, sondern es auch einfach mega scheiße finde, aus redaktioneller Sicht, wenn du dir mega viel mit einem Produkt und einem Extra gegeben hast und dann kommt das Ding an und es sieht einfach nicht scheiße aus, aber du merkst so direkt, ah, hier, der Pin von, von Kaguya Band 1 hat irgendwie in das Buch da drunter gedrückt und jetzt sieht's scheiße aus. Und das ärgert dich auch als Redakteur. Also, weißt du, du gibst das Ding nicht aus der Hand und sagst, ha, fickt die da draußen, die sind mir komplett egal. Ähm, nein, es ist schon so, dass man da auch als Redakteur irgendwie mit Herz irgendwie drinsteckt und sich eigentlich wünscht, dass die Leute, die das Produkt da draußen in die Hand bekommen, das auch ein bisschen geil finden. Ja. So, du musst so einen Plüschi rausbringen von Puchita und du ziehst den Manga sozusagen hinten aus Puchitas Arsch so raus und dann so, hier ist der Hang. Ich muss leider auch spoilern, das ist es nicht, aber das wär richtig geil. Und ich sag auch, es waren wirklich die widrigsten Umstände, weil seit, ähm, seit der Anime da mit drin ist und Mappa, Crunchyroll und alle da mit drin hängen, ist das Approval so viel krasser geworden und so viel schwieriger. Man darf fast gar nichts mehr vom Lizenzgeber aus. Also, es ist alles sehr, sehr strikt mittlerweile. Und ich glaube aber, ich hab's, ich hab's geschafft. Also, ich hab noch nicht das Finale, aber, aber ey, ey, Manga Fanboy 9, du musst dich nicht grämen, weil Chainsaw Man erst ab April vorbestellbar ist. Dann bestell doch erst ab April vor. Der kommt ja auch erst ab, ab Dings raus. Ab Mai. Also, du musst, du musst dir keine Sorgen machen. Wenn, wenn du im April bei uns vorbestellst, dann bekommst du trotzdem ein. Ähm, genau. Ja, aber das sind so Sachen, auf die man sich, glaube ich, bei uns freuen kann. Ja, und das, da bin ich echt gespannt drauf. Also, die Lizenzankündigung, man hat's wirklich gemerkt in der Manga-Community, da kam ein bisschen was anderes. Ihr habt ein bisschen euch mal, sagen wir, was getraut, dass man dann auch die New Editions gebracht hat, dass man damals auch mit Mila nochmal angefangen hat. Dass natürlich jetzt auch viele hoffen, dass da sehr ältere Werke vielleicht kommen in Richtung, ich sag jetzt einfach mal so ein Devilman oder was weiß ich was. Dass das vielleicht in die Richtung nochmal geht oder, ähm, da sind wir echt gespannt drauf, oder Holy Land plötzlich da ist, wobei das ist auch ein richtig nischiger Titel, aber das ist halt alles so eine Sache. Du hast gerade gesmilen, nicht, dass der Titel kommt. Ich sag schon, das wäre schon krass. Ja, ich smile einfach, weil du so ein sympathischer Typ bist. Ach so, ja, okay. Buka-Face, also ihr dürft euch alle auf Holy Land, wenn das jetzt kommt, nein, Spaß. Ja, Kingdom Confirmed und Half-Life 3, oh shit. Ja, bitte. Nee. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war sehr interessant wieder. Ich hoffe, ihr habt alle wieder was daraus gelernt. Das war ultimativ informativ. Ich danke dir auf jeden Fall, Marco, dass du dir da Zeit genommen hast und dass du auch über deinen Redaktionsalltag mal gesprochen hast, weil ich glaube, das unterschätzen viele und wissen auch gar nicht, in welche Richtung das eigentlich geht. Ich kann auch einfach sagen, ich bin Projektmanager und dann wissen auch alle nicht, was für Projekte mache ich und wie sieht da mein Alltag aus und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist sehr transparent. Wie gesagt, das macht wahrscheinlich auch jeder anders. Da müsst ihr auf jeden Fall mal gucken, falls ihr da mal Bock drauf habt oder so und Eggman hat dann plötzlich mal eine Stelle, dann befärbt euch da gerne drauf, falls ihr wirklich denkt, ihr habt das Zeug dazu. Das wäre auf jeden Fall interessant. Ja, geil. Also ich bin echt froh, dass ich das heute wieder gemacht habe. Das ist wieder, das hat mir schon wieder das Highlight der Woche. Moment, du alter Charmeur. Ja, das ist dafür, dafür will ich auch, wenn wir uns auf der Messe sehen, dann schütteln wir uns mal die Hand und dann bin ich mal gespannt, was wir dann da so alles hinkriegen. Und ja, deine letzten Worte, Marco, für den Abschluss. Du darfst nochmal alles raushauen. Ich sage immer, aber bitte keine Leute beleidigen. Okay, also jetzt halt mal zu ihr kleinen Pat. Nein, Quatsch. Ja, erstmal dir ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Es freut mich immer, hier zu sein und ich sehe gerade hier unten, ja, wir streamen seit über zwei Stunden. Es ist halt immer, wie es ist. Ich finde aber auch, wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit am schnellsten. Also sind hier wirklich auch Gespräche, die mir persönlich was geben, weil ich weiß, dass ich dadurch die Leute da draußen ein bisschen informieren kann, dass hier ein sympathischer Talk stattfindet. Und manchmal ist es tatsächlich auch gut, sich so ein bisschen selber auf seine Arbeit zu besinnen. Weißt du, du arbeitest ja oft einfach deine Sachen so weg und denkst dir so, ja, okay, geil, nächster Titel, Fließbandredakteur quasi. Also nein, so schlimm ist es nicht. Aber manchmal ist es auch schön, ein bisschen über die Dinge zu sprechen, die man macht. Und sozusagen, ja, warte mal, ja, okay, ich bin jetzt mal ein bisschen ehrlich, das war schon irgendwie geil, was wir da gemacht haben. Manchmal muss man sich auch ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, wenn es sonst keiner macht. Und es ist ja, das vielleicht noch als mahnende Worte, ich habe immer das Gefühl, dass der Ton da draußen ein bisschen rauer wird. Also seid auf jeden Fall lieb zueinander, seid froh, dass wir alle Teil einer so, nicht mehr ganz so nischigen wie früher, aber immer noch einer nischigen Community sein können. Und einfach irgendwie, lasst uns doch alle geil miteinander rauskommen, auch wenn einer Titel X mag und der andere Titel Y. Dann soll das so sein. Lasst den Leuten ihre Freude. Und Martin Kitagawa würde sagen, es gibt ja nichts Geileres, als mit Leuten abzuhängen, die genau das tun, was sie gerne mögen, was sie lieben. Und das ist doch wirklich das, was zählt. Ja, ein bisschen, okay, ein bisschen arg ins Theatralische abgeschweift. Aber ja, danke, geiler Chat, Mann. Ihr seid auch alle geil. Liebe geht raus. Ja, das war doch auf jeden Fall ein Abschlusswort. Den kriegt man jetzt auch nicht immer. Aber das ist, das ist halt, das muss ich halt auch sagen. Es ist halt, es ist gewachsen. So, es gibt Leute, die da draußen, die wollen vielleicht, die betreiben Gatekeeping. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Der Umgang, natürlich, es kommen neue Leute rein. Manchmal erinnert mich das, okay, im Anime-Bereich so ein bisschen wie die League of Legends-Community manchmal, wie die sich auseinandernehmen einfach. Ich hoffe, im Manga-Bereich bleibt es einfach. Also, wir haben ein geiles Hobby. So, das ist halt einfach, ich bin froh, damit halt auch vor zwei Jahren angefangen zu sein. Jetzt als Content-Creator, ich bin ja schon ein bisschen länger im Manga-Markt, aber das so alles, das macht einfach Spaß und der Austausch macht Spaß. Und jetzt dann auch die transparenten Informationen zu bekommen. Du sitzt ja auch die ganze Zeit einfach im Homeoffice. So, dann kann ich mir vorstellen, das wäre halt mal geil, wenn man einfach mal berichtet, was man eigentlich so den ganzen Tag macht. So, dass man dann auch ein bisschen gehört wird. Und das ist halt geil. Also, von daher, macht auf jeden Fall oder macht auf jeden Fall mit Egmont von meiner Seite, macht so weiter, wie ihr es gerade macht. Also, ich glaube, ihr seid da auf einem guten Weg. Es gab schon mal, meiner Meinung nach, schlechtere Zeiten so für uns vielleicht da draußen, wo man dann auch ganz ehrlich sein muss, dass es dann mal ein bisschen anders bei euch vielleicht mal lief. Ich finde, mittlerweile hat sich Egmont gut gewandelt, auch mit dem neuen, also mit dem Team, was jetzt gerade da ist. Und da bin ich auch echt froh, dass ihr dann auf dem Markt dann auch halt seid. Ja, und so. Du hast auch alles schon gesagt. Deshalb, von daher, ich wünsche... Es geht vielen Leuten so. Ja, es ist halt einfach zwei Stunden, sieben oder zwei Stunden, acht jetzt. Und von daher, ich glaube, ihr habt ein paar Informationen mitgekriegt. Falls ihr das Ganze nochmal nachhören wollt oder zu spät reingekommen seid, dann guckt einfach nochmal in die ganzen YouTube und so weiter. Da findet ihr das Ganze ab. Ich weiß nicht, im Laufe der Woche. Ich muss mal gucken, wie schnell ich bin. Aber ich gebe mein Bestes, auch als Podcast und auf Spotify, Google und so weiter. Deshalb schaut euch das gerne mal an. Shared das gerne weiter, damit die Leute auch die Informationen kriegen. So, jetzt habe ich auch genug gequatscht. Ich danke für den Chat. Ihr wart natürlich wieder die geilsten. Marco hat es gerade schon gesagt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir auch mit Marco, dass du dir in der Hand auch nochmal die Zeit genommen hast. Ich kann auch schon nicht mehr reden. Deshalb mache ich jetzt auf jeden Fall hier Feierabend. Ich wünsche euch alles Gute und ja, wir sehen uns in einem anderen Stream, in einem anderen Interview, in irgendwas. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich bin ja noch nicht weg und Marco auch nicht. Von daher, alles Gute. Bis dann. Tschaui. Tschau, tschau.